So, hallo, wir spielen Toon Raider 2 und alle Gegner haben Flammenwerfer. So simpel ist das. Jeder einzelne Gegner ist ersetzt worden durch einen Flammenwerfertypen. Es wird eine interessante Spielerfahrung. Und... Ja, wir geben uns dieser Spielerfahrung nun hin. Ich bin gespannt darauf, was mich so alles erwartet. Ja, auch jede Spinne, auch jede Ratte. Man unterschätzt, wie viele Gegner Toon Raider 2 hat, wenn man vergisst, dass auch dieses Kleinvieh Mist macht. Gerade bei so einer Mod. Jeder davon wird gleich mit einem Flammenwerfer auf uns zulaufen. Leide. Das werden wir. Das werden wir wohl. Da unten sieht man schon einen. Klar, da ist ja ursprünglich ein Tiger. Vor dem kann man natürlich recht gut weglaufen. Vor den anderen nicht unbedingt. Flammen vor. Was? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst. So. Theoretisch werden wir jetzt ins Wasser springen und dann taucht da natürlich ein Tiger auf. Sobald ich aussteige. Also, und dieser Tiger wird kein Tiger sein, sondern einen Flammenwerfer haben. Das wird die Hölle. Das glaube ich. Davon bin ich fest überzeugt. So, warte. Mei. Oh. Okay. Krähen scheinen nicht ersetzt worden zu sein. Äh. Das macht auch Sinn. Flammenwerfertypen können ja nicht fliegen. Wäre also gar nicht so einfach möglich. Ich habe gehört, sie haben einen neuen PC. Tieni, wo hast du das denn gehört? Das ist definitiv nicht wahr. Das ist eine Mod, die gab es schon für das ursprüngliche Tomb Raider 2. Mit den Flammenwerfern. Ähm. Die hier dann halt einfach für das Remake. Äh, für das Remaster. Entschuldigung. Für das Remaster angepasst ist. So. Die Wachstube. Äh, die Wachstube meine ich. Üblicherweise voll von Gegnern. Voll von Spinnen. Ähm. Okay. Das sind viele. Holy shit. So, jetzt gibt es natürlich da oben drauf noch einen. Ich glaube aber, wir können einfach auf Entfernung bleiben. Oh. Ich glaube, das wird easy. Äh. Naja. Möglicherweise sollte ich mal... Ähm. ...speichern nach dieser Dreiergruppe. Ja, wir speichern. Wir nehmen den, äh, Flammenwerfer wollte ich schon sagen. Wir nehmen die Shotgun, glaube ich. Ja, einen Schuss hat er. Yes. Welch albtraumhaftes Unternehmen. Aha. Oh Gott. Okay, nächster Raum. Man denkt sofort an die drei Spinnen, die dort runtergelassen werden und die mit Flammenwerfern uns attackieren werden. Aber hinter uns spawnt halt leider auch einer. Ich bereue es gerade. Das war knapp, wenn ich die Shotgun doch nur noch hätte. Okay. Alter, wenn ich den einen überleben könnte. Kommen wir an Shotgun, wo nichts... Ja, im Raum liegt welche. Das bringt mir nur leider nicht wirklich was. Oh mein Gott. Okay. Ihr müsstet mir folgen, ja. Das war ein taktischer Rückzug. Ich hatte genau dieses Manöver stundenlang geplant. Ich hatte das definitiv so beabsichtigt. Äh, THU-Fan. Dankeschön für die Lieblende Nation. Juhu, endlich kann ich dich mal unterstützen. Ach Brian, der Gute. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Auch wenn ich mit deinem Namen nicht übereinsch... Was haben wir da gerade... Was war das? Kriege ich das nochmal hin? Okay. Ähm... Aber das ist nicht überall, ne? Doch. Ich denke, es steht im Zusammenhang mit der Mod. Ich denke mal nicht, dass im ungemordeten Spiel Lara das tut. Ist jetzt nicht schlimm oder so. Es kommt nur überraschend. Ähm... Wir machen mal weiter. Herr Consolero, dankeschön für den Sub. Er wird wieder mit CDs nach einem geworfen. Sehr fürchterlich hier. Ich freue mich tatsächlich schon sehr auf die späteren Level, wo wir dann mehr Waffenauswahl haben für verschiedene Situationen mit den Flammenwörfern. Jetzt gerade ist es natürlich ein bisschen... Wir sind ein wenig eingeschränkt. Konzentration. Wir sind ein wenig eingeschränkt. Dankeschön. Aha. Vielleicht sollte ich auf die Munition verzichten. Das wirkt mir gerade vernünftiger. So, einmal speichern, bitte. Ja, stimmt. Der Bohrturm. Und die Gegner werden ja auch die Scheiben nicht einschießen können. Das wird interessant. Aha. Der Raum wird unangenehm. Oh Gott, wer bist du denn? Das war fair. Gerne, gerne. Durch das Remake kam ich auf deine Videos und streamen und irgendwie sind deine Videos voll die Sucht geworden. Eher schon mal ein Abendmog kam. Jöi. Ich habe noch jemanden in den Abgrund gerissen. Ah, ich hab... Äh, 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 warte, Abstand. Reicht doch. Prof Pantera, dankeschön für den Sub. Ah, ich hab... 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 Okay, unten haben wir das Secret, das normalerweise bei den zwei T-Rexen liegt. Ähm, dürfte jetzt sehr leicht zu erreichen sein, weil durch die Umgebung die Flammenwerfertypen keine Gefahr darstellen sollten. Jörn G85. Dankeschön für den lieben Risa. Dankeschön für... Verdachter. Dankeschön für 100 Bits. Love you, Frost. Dankeschön für den Risa. Shady. Schinkel. Ähm. So, Flammenwerfertyp. Du müsstest mir eigentlich entgegenkommen, ja. Moin, moin. Hallo, Koi. Äh, Granatwerfer. Ein wichtiges Utensil, schätze ich. Okay. Das Schwierigste in diesem Level sollten wir hinter uns haben. Da kommen natürlich noch drei Spinnen, die spawnen, sobald wir an der... Jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, äh, an der Seilrutsche hängen. Vielleicht sind wir ja auch einfach schnell genug. Ah, warte. Eine Spinne ist... ...unmittelbar hier beim Brustgang. Okay. Wir werden sehen. Mit der Mod bekommt das Achievement, dass dich von allen Gegnern in Brand stecken. Eine vollkommen neue Bedeutung. Ja gut, wir hätten was zu tun. Es wäre nicht leicht. Oh, hier ist gar kein... ...Flammenwerfer unmittelbar. Ich dachte... Mein Plan sah etwas anders aus. Okay, ich habe nur noch das eine Midi-Pack, leider. Ich meinte ja schon, dass der Granatwerfer wahrscheinlich wichtig wird. Einen Schuss verschwendet, leider. Wir werden es überleben. Also vielleicht auch nicht. Ähm, aber hoffentlich. Okay, er hat gutes Aim. Huch, wieso hat der denn eigentlich... ...jetzt heilen nicht funktioniert. Ja. Oh, warte, er da oben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich weiß nicht, ob die Reichweite... ...überhaupt ausreichend ist, um mich hier zu töten. Nee, den kriegen wir. Und hier. Müsste aber eigentlich ein zweiter kommen. Was soll das nur im Hort des Drachen geben mit den Gegnern? Nun. Aha. Das ist ein Problem von Zukunfts-Marco. Gegenwarts-Marco ist jetzt erst im zweiten Level. Dem geht's gut. Hm. Drehen Sie sich. Greifen Sie nach der Kante, Frau Kloft. Danke. Hallo, Mr. Malu. Ich glaube, wir wollen auf jeden Fall das Boot haben. Tauchen Sie durch die Öffnung. Aha. Zukunfts-Marco wird Gegenwarts-Marco nicht mögen. Nee, so überhaupt nicht. Äh, hallo, Knobi. Lö, da hoch, bitte. So geht's dir wahrscheinlich mit den meisten Challenges. Wie soll's mir sonst dabei gehen? Wofür warst du nochmal? Ach so. Ja, das ist unwichtig. Ähm. Was ich gerade gemacht habe, ist wiederum wichtig. Bräuchte dann mal den, diesen hier. Und du hast die Magnums für mich. Äh, die Automatics. Immer derselbe, selbe Fehler mit Magnums-Automatics. In Tomb Raider 1 nenne ich die Magnums-Automatics. In Tomb Raider 2 sind die Automatics-Magnums. Äh, auch die Tiergegner, ja. Fliegende Gegner anscheinend nicht. Ja, so Krähen sind wohl ausgenommen. Unterwasser-Gegner sind vermutlich auch ausgenommen. Aber ansonsten halt alles. Die Dober-Männer tragen die Flapper mit dem Maul. Das wäre cool. Also, wenn man das so modden könnte. Ich glaube, dass ohne Quellcode-Zugriff ist es nicht so einfach. Aber es wäre cool. Ähm, das ist eine Mod, ja. So, während Lara nämlich aus dem Boot springt, kann sie schießen. Und deshalb war das Boot essentiell. Deshalb war es essentiell, das Boot mitzunehmen. Dachte ich mir zumindest im Vorfeld. Ich bin froh, dass das stimmt. Denn ich dachte eigentlich, hier wäre eine Ratte im Original gewesen. Oh! Meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Wie viel Granat? Ah, ich habe null. Schade. Ja. Wenn man eine Schleuse benutzen möchte, sollte man das Boot auch in die Schleuse stellen. Es fällt mir immer wieder von Neuem auf, dass das gar keine so schlechte Idee wäre. Und hallo, Bobby MacDyve. Was gab es nicht? Ja. Ich würde mich nicht her so viel freuen, wenn man das tun hat. Also, dass die Kampagne in die Schleuse ist nicht geschlossenen, aber es ist nicht das, dass das ist. Die Kampagne ist für die Schleuse und wie es erinnert. dann runterfutigst. Und jetzt wird das endlich lên, So, ihn sollten wir auf Entfernung bekommen können. Wenn er ein bisschen näher käme. Okay, ja. Du schießt auf mich? Jetzt bin ich zu weit weg. Möchtest du vielleicht näher kommen? Dankeschön. Du, du, du. Das bleibt nach wie vor mein Lieblings-Fun-Fact. Ähm, gut. Es wird viele Gegner geben. Achtung, Wortspiel, wo es brenzlig werden kann. Och nein. So, wir müssen jetzt an einem aktiven Flammenwerfertypen vorbeifahren. Vielleicht geht das, indem wir einfach schnell sind. Es hat funktioniert. Nichts. Oh, 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 oh. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Holy, alle haben Flammenwerfer. Was geht denn hier ab? Das weiß ich nicht. Mein Chat ist sehr stark dabei. Beim Chaos. Aber ja, es ist eine Mod. Für 2 Meter 2. Oh nein. Och, Menno. Das ist eigentlich hart unnötig, dass wir die überhaupt spawnen lassen. Aber naja. Ich kann es hier jetzt nichts mehr machen. Es gibt ein Medipack, das fast schon ausreicht, um den Schaden, den ich unnötigerweise genommen habe, zu heilen. Also yay. GG. Also die Mod ersetzt praktisch alle Gegner durch Flammenwerfertypen. Das heißt, dort, wo im Original zum Beispiel eine Spinne gespawnt wäre, spawnt hier ein Flammenwerfertyp. Das ist nicht so, dass wirklich die Spinnen dann mit einem Flammenwerfer in der Hand rumlaufen, was aber verdammt süß wäre. Und scary. Ähm. Ups. Naja, warte. Wir können den umgehen. Kommen so zumindest ins dritte Level. Auf, Bartoli. Du meinst den Drachen. Äh, das weiß ich nicht. Macht eigentlich wenig Sinn, ihn zu ersetzen. Er spalt ja eh schon Feuer. Die Spinnen sind Flammenwerfertypen. Also auch Hunde und so. Ähm. Flammenwerfertypen haben relativ wenig Leben. Die halten kaum was aus. Äh, sie sind aber natürlich sehr tödlich. Je nachdem, wo man sich befindet, reicht ja schon ein Treffer und man brennt halt, bis man tot ist. Oh, verdammt. Ja, solche Situationen hier sind unschön. Ja, was machen? Ich hab kein Medipack mehr. Das ist schade. Ich hab ne Idee. Ich wollte dort an Land gehen. Offenkundig. Jetzt seid ihr näher rangekommen, oder? Ne, ich bin genau an der Grenze. Och Mann. Oder kann sie allgemein im Boot nicht brennen? Ja gut, das ist ein schönes Boot. Dann kommt mal bitte hier oben hin. Na gut, wenn man so drüber nachdenkt. Im Original gab's ja auch nie einen Grund, dass die Entwickler es möglich machen sollten, dass man im Boot brennen kann. Und im Level mit Flammenwerfer-Gegnern gibt's ja kein Boot. Und umgekehrt. Du solltest brennen können. Nuggets, leg den Benzinkanister weg und hör auf, langsam bedroh dich näher zu kommen. Hier um die Ecke noch was, oder? Erinnert mich mal daran, ne neue Maus zu kaufen. Ich vergesse immer, dass mein Linksklick gerade nur manchmal geht. Was ein bisschen belastend ist, wenn man damit schießt. Ich habe Angst vor dem Moment, wo die Automatik leer ist. Aber gerade geht's. Gerade geht's erstaunlich gut sogar. Ich habe genau 69 Schuss, nice. Oh, 43. 44. Es war meine Gelegenheit, von 69 Schuss direkt auf 42 zu droppen. Hier spawnt... Nee, hier spawnt niemand. Habe ich verwechselt. Die Automatik kriegst du, wenn du das Tor vom Bootshaus öffnest. Dann spawnt nochmal ein Gegner, der sie dabei haben kann. Und das haben wir ja scheinbar sinnloserweise getan, um halt die Automatik so früh wie möglich zu haben. Ich weiß nicht, warum Lara sich nicht festgehalten hat. Oder verwechsel ich das gerade mit den Ozzis? Also die Ozzis sind eine Waffe, die man wirklich frühestens in diesem Level bekommen kann. Kenner des Spiels kennen diesen Weg aber nicht. Das kommt ganz drauf an, Nugget, ob ich von hier aus den Typen beim Secret treffen kann. Es kommt drauf an, ob er halt so nah steht. Nun offenbart uns die Kamera leider, dass er sich dahin zurückgezogen hat. Und wenn er nicht freiwillig rauskommt, kann ich nichts tun. Er will nicht mit den anderen Kindern spielen. Haben die Flammenwerfer-Bobs eigentlich alle das gleiche ihnen zugewiesene Leben? Ja. Ähm. Leben ist abhängig von der Gegnerart. Deshalb haben die alle praktisch so viel Leben wie, naja, ein Flammenwerfertyp in Tomb Raider 2 halt hat. Sonst wäre das nochmal deutlich herausfordernder. Denn Flammenwerfertypen haben vergleichweise wenig Leben. Das hier ist das Beste am Remaster. Ich bin für eine Mod, wo Lara von höheren Mächten bestraft wird, wenn sie Miezen angreift. Ich bin dagegen. Ähm. Es gibt einen Death-Mode. Ähm. Mäne ich. Und dann gibt es eine Zeitlupe, ja. Ich habe außerdem gerade irgendwas getan und weiß nicht was. Achso. Ich drücke. Gucken. Ja gut. Das ist der Death-Mode. Oh nein. Developer-Mode meine ich. Äh. Warte. Okay. Das tut weh. Das ist der F-Mode. Ähm. Boah. Abfuckstelle klingt ja fast wie der Name eines Tomb Raider 3 Levels mit Dinos. Ach, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, Makio. Habe Geduld. Dein Leben wird sich verbessern. Aha. 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 Aber ich bin gar kein Fan vom nächsten Raum. Hinter uns dürfte ein Flammenwerfertyp spawnen und vor uns direkt zwei. Wir haben eine Shotgun. Wir haben keine Granaten mehr. Idee wäre, reinspringen in den Raum, direkt umdrehen. Den hinter uns two hitten. Ich fasse es nicht, dass das geklappt hat. Ups. Nicht an jeder Beliebigen, aber hier zum Beispiel nicht. An jeder Feldgrenze, praktisch. Hier zum Beispiel würde man es hinbekommen, wenn man es hinbekommen würde. Ja, hallo. Aber nicht an jeder Beliebigen. Ach, verdammt. Also ein Remaster ist üblicherweise nicht dafür da, Bugs zu fixen, die einem normalen Spieler nicht passieren werden. Ich denke, manche sind da ganz bewusst drin gelassen worden. Es gibt ein paar, die gut versehentlich passieren, die definitiv behoben wurden. Gerade auch ein paar Bugs mit Softlock-Potenzial. Zum Beispiel das Ziehen der Waffen in Tomb Raider 1, während man den Schlüssel einsetzt. Was dann dazu führt, dass der Schlüssel nicht gilt. Äh, sowas ist schon gehoben. Aber die meisten Sachen, sag ich mal, die man schon aktiv provozieren muss, äh, die gehen weiterhin. Mir ist egal, ich gehe weg. Cool, dass das funktioniert hat. Leicht übersehbare Gegenstände in die Tiefe. Also, wenn du, wenn du, wenn du jetzt nicht irgendwas gibst mit Absicht, dann sollte eigentlich so ziemlich alles auf dem Weg liegen. Oh Gott, die Tiefe. Äh, äh, ja. Ähm, bist du mit gezogenen Waffen in den zweiten Raum des Levels gelaufen? Wenn du das nämlich nicht tust, dann spawnen dort drei Gegner nicht. Okay, das hast du gemacht. Äh, hinter der Turbine im Wasser liegt, liegt zweimal Granat-Munition. Fehlt denn nur genau ein Item? Dann kannst das ja schon mal nicht sein. Granaten hast du. Ich glaube, zwei oder so. Hä? Zwei Items, die leicht übersehen werden. Fällt mir jetzt gerade leider nichts ein, muss ich zugeben. Ich will auch mal versuchen, am Feuer vorbeizuspringen. Jui. Ach du Scheiße. Cool. Das geht ja wirklich. Cool. Das geht ja wirklich. Ich bin die ganze Zeit weiter am überlegen, aber mir fällt in die Tiefe leider gerade wirklich nichts ein, was man wahrscheinlich übersehen würde. Oh, hinter mir ist die Tür zu, ne? Ich glaube schon. Ah, verdammt. Aber egal, der Platz hat gereicht. So, wir könnten jetzt natürlich hier einiges an Aufwand investieren, um die Utzis sofort zu sammeln. Ich glaube, davon haben wir gar nicht so wirklich was. Weil wir sie im nächsten Level sowieso recht früh bekommen können. Oh, ich brenne. Ah! Ah! Aha. So, ich habe zwei Shotgun. Äh, habe ich schon welche? Null. Aha. Aber eine Granate. Ja, okay. Wir kommen auf jeden Fall lebendig zu der Utzi-Munition, die ich meinte. Äh, Captain Nisal. Dankeschön für den zweiten Nisal. Und das ist... Oh, okay. Ja, gut. Das ist eine Menge Shotgun-Munition. Dann haben wir kein Problem mit Munition. Äh, das steht ja nicht mehr da. Also, es gibt gerade keinen Stream-Plant. So, jetzt muss ich überlegen. Wir haben hier die Möglichkeit... Relativ... Relativ... Also, wir könnten eine Granate tauschen gegen 40 Magnum-Munition. Ich könnte es auch so probieren mal. Aber es reicht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Ich muss raus. Äh, bis dann, Tien. Kann man eigentlich mit der Apuna aus dem Wasser schießen, ohne dass die Gegner ihn anzünden können? Ja. Äh, nur wenn der Strahl des Flammenwerfers dich trifft, kriegst du trotzdem Schaden, auch wenn du unter Wasser bist. Du brennst dann zwar nicht, nachdem sie aufgehört haben zu schießen, aber du kriegst trotzdem Schaden. Mal dich oder so. Mal dich oder so? Äh, bis dann. Du, 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 du. Wer kennt es nicht, der Feuerstrahl unter Wasser? Ich liebe dieses neue Sprung-Timing. Ich vergaß da ein wichtiges Detail. Äh, wir sollten mit ausgewähltem Granatwerfer darunter. Hä? Wie er Stealth anwendet. Wie er sich einfach versteckt. So, in der Ecke war er, ne? Links. Okay. Ah, da sind wir. Fünf Scheinen zu reichen, wenn es trifft, das ist ja nicht garantiert. Aha. Hab gestern mal versucht, Speedrun-mäßig unterwegs zu sein im ersten Versuch in unter acht Minuten, wo ich die Oper, aber im Bohrturm, dann dreimal am ersten Raum scheitern, weil ich gegen zu viele Kisten gerannt bin, weil der erste Raum ist aber auch, also ich meine diese Stelle, die du meinst, die kann aber auch wirklich jedem Probleme bereiten. Der Ammo-Schrauben beim Maria-Durian-Level, ja, der wird eine interessante Erfahrung. Vor allem dort werden wir den Granatwerfer natürlich auch nicht mehr haben. Prunkvoller Schlüssel. Melli, ich glaube sogar, dass die relativ easy werden. Mein Hauptproblem bei den Statuen war ja, dass sich zu drehen und wegzulaufen minimal zu langsam war, aber mit der modernen Steuerung dürfte dieser Raum eigentlich leicht werden. Wir werden es sehen. Das war maximal zu spät. Äh, minimal zu spät. Spät. Uh! Ah! Shit! Oh, oh, oh. Puh, das war mein Wunsch. Glitches werde ich nicht benutzen, Link. So, warte. Ich hab grad nicht mehr auf dem Schirm, was die Secrets im Opernhaus bringen. Äh, aber sie werden sich auf gar keinen Fall lohnen. Das gibt maximal gottlos. Äh, lass dich nicht von den Ratten beißen. Hab ich gerade bekommen. Warum bekomm ich Achievements? Gut. Okay. Sich nicht von den Ratten beißen zu lassen ist jetzt fairerweise... Äh... Nein. Gar nicht so leicht, wenn es nur Flammenwerfertypen gibt. Sind die Mikro-Stuttrings bei mir oder ist das ein Problem mit Markus' Leitung? Das ist ein Problem mit Markus' Hardware. Das ist das Spiel bei mir. Es ist das Remaster. Da, das ist... Mein PC gibt sein Bestes. Wenn ihr Probleme mit diesem Achievement habt, dann nehmt einfach die Mons. Lul. Manny, ich hab tatsächlich... Nach zwölf Jahren des Weigerns... Okay, zwölf Jahre kann ich mich dagegen nicht geweigert haben. Aber ich habe tatsächlich vor zwei Wochen die Entscheidung getroffen, okay... Ich spare jetzt für einen neuen PC. Es... Es geht nicht mehr. Ich habe diese Entscheidung getroffen, als bei dem Eisberg-Video... Die simple Animation, dieses von Text zu Text Fliegen zwischen den Szenen... Als ich stundenlang daran gerendert hab. Da dachte ich mir, nee... Nee... Das ist nicht so gut. Was gönnst du dir circa? Etwas, über das ich mich hoffentlich erst in fünf Jahren beschweren muss. Nicht volles Programm NASA. Das ist über meinem Budget halbe NASA. Halbe NASA. Ich stelle mir gerade vor, wie man in den PC-Laden geht. Was möchten sie? Halbe NASA. Wobei man in dem Moment, wo man in den Laden geht und sich ein Komplett-PC mitnimmt... Halt schon so ein bisschen... Potenziell einen Fehler gemacht hat. Aber, äh... Die wissen, was gemeint sind. Ja, das kann ich mir vorstellen. Marco, du bist doch ein wenig IT-bewandert. Ja. Ja. Das heißt nicht automatisch, dass ich mich... Dass ich ein Profi in Sachen Hardware bin. Aber ich weiß schon, wie ich mich darüber informiere, was jetzt clever zu holen wäre und was eher nicht. Marco holt sich einen neuen WC. PC, aber ja. WC ist das, was ich jetzt habe. Kann ich meine alte Platte mit installiertem Windows einfach einen neuen PC packen? Das läuft Plug and Play. Neuen PC heißt neue Hardware. Heißt potenziell natürlich diverse Treiber als WC. Äh... Abgesehen davon spricht da erstmal nichts gegen. Ich, äh... Bin sofort wieder da. Es geht sofort weiter. Das da. Genau. Habe ich meine Waffen? Ja, klar. Die habe ich ja in der Hand. So. Zwei Flammenwerfertypen mit Pistolen. Das wird spaßig. Ja, gut. Äh... Ciao, Mr. Mardo. Wir haben einen Lurker bei uns. Das war's. Oh, warte mal. Ich kann doch einfach dort auf die Gegner warten. Dann haben sie ja einen viel weiteren Laufweg. Sie haben Distanz zu uns. So viel dazu. Er hat mir halt zugehört. Er hat mir halt zugehört. Und jetzt kommt natürlich der Raum, wo üblicherweise drei Schergen sich auf uns stürzen. Schergen. Monankach. Monkakak. Die Tür, Lara. Danke. Es freut mich, dass wir zu einer Übereinkunft bezüglich des Schicksals dieser Tür kommen konnten. Warte. Immer schön im Rücken bleiben. Das ist kein Randomizer. Das ist die Flammenwerfer-Mod, die alle Gegner durch Flammenwerfer-Schergen ersetzt. Ähm... Ein Randomizer wird gearbeitet. Aber das dauert wohl etwas. Kommt man eigentlich durch diese Tür zum nächsten Level? Wollen. Ähm... Lass mich mal überlegen. Also es gibt... Es gibt eine Ingame-Methode, durch diese Tür zu kommen. Natürlich gibt es die. Natürlich kenne ich sie. Natürlich kann ich sie präsentieren. Ähm... Aber man hat davon jetzt nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Und ich muss einmal hier hin. Oh. Ich muss kurz überlegen. Ich hatte ein Setup. Ich glaube, so ungefähr ging das. Ja, so ungefähr. Ungefähr ist leider nicht gut genug. Ich gucke nur, ob ich es spontan hinbekomme. Wenn nicht, dann... Musste mir halt glauben. Aber ich glaube, ich habe es gerade hinbekommen. Warte. Wir gucken dann mal, was hinter dieser Tür ist. Yay! Tschinkel. Tada! Nein! Ich bin mir so sicher, dass schon mal jemand dahinter war. Okay, Kommando zurück. Man kommt nicht dahinter. Es ist ein böses Portal. Ja, mit der Cam allein kommt man natürlich dahinter. Und dann sieht man, dass da im Grunde genommen nicht so viel ist, wie man vielleicht denkt. Ingame scheint das nicht so wirklich zu gehen. Äh... Bloody Queen. Dankeschön für den... Den zwölften Reset. So, ich müsste Uzi, äh, Automatix haben. Genau. Liegt es an der Version... Ich kann mich auch immer irren. Also wenn ich sage, ich meine, jemanden schon mal dahinter gesehen zu haben... Die Apuna habe ich. Äh, dann kann ich mich dabei natürlich auch irren. Das halte ich hier für wahrscheinlicher. Ich starte mal die Classic-Version. Was? Die gibt es noch? Das nächste Mal starte ich die beim Narathon. Könnte halt wirklich passieren. Äh, hallo Pablo. Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe Allergie. Oh nein. Gegen was hast du denn Allergie? Gegen einen Weihnachtsbaum? Ich habe nur Weihnachtsbaum-Allergie. Ja. Bäume? Wie kann man denn allergisch gegen Bäume sein? Äh, 5000 Kilo Hackfleisch. Dankeschön für... Für den lieben achten Reset. Queen rennt immer durch die Welt. Stirb, Natur! Den hat die Bäume so heute nicht. So, müsste noch ein Hackfleischwerfer... Äh, ein Flammenwerfer kommen. Hier. Ja. Ja, ein Hackfleischwerfer. Die gibt's in Tomb Raider 1. Vielleicht gucke ich mal, dass ich dieses Mikro ein bisschen runtermache. Ist ja auch albern hier. Aber ich glaube, das Secret dieses Levels hatte schon eine sehr, sehr geile Belohnung. Ich habe nur leider vergessen, was es war. Harpoon, wirklich? Ich glaube nicht. Also, ich habe keinen Discord und ich habe keinen Social Media und ich habe keinen Screen-Zeiten. Und... Du verpasst wahrscheinlich relativ wenig. Du konntest die letzte Woche auch nichts verpassen, weil ich die letzte Woche nicht online war. Drück auf jeden Fall die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, weil man sich auf die Twitch-Notification echt gut verlassen kann. Die Glocke. Du kriegst da eine Benachrichtigung, wenn ich wach bin. Also, jedes Mal, wenn ich aufstehe. Denn wenn ich schlafe, scream ich ja nicht. Das war's. Psst. Das ist echt ein witziger Bug. Mich würde interessieren, wie er zustande kommt. Gleich schmeißt der Flammenhaini vertikal nach oben durch das Gitter. Äh, schießt. Schmeißt. Ich hab schmeißt gelesen. Die Bildschirme an der Wand, äh, das kann man tatsächlich erkennen. Und das ist auch relativ, äh, lustig. Na, reich. Die Leiter hier ist ein bisschen unschön. Wir kommen gleich nochmal an den Bildschirmen vorbei. Tja, es ist wichtig, nicht zu weit nach oben zu klettern. So, danke schön. Ja, wir müssen uns ihm leider nähern. Der ist sonst zu weit weg. Was geht, ja? Aha. Was? Facebook? Äh, Facebook. Genau. Facebook existiert noch. Ich dachte, Facebook, äh, besteht nur noch aus KI-generierten Posts und Rentnern, die das liken. Ah, okay. Ah, okay. Ich finde es großartig. Ähm, es gibt auch noch andere Bildschirme, die andere Texte zeigen. Aber ich glaube nicht in diesem Level. Ich glaube, das hier sind alle, die man in diesem Level hat. Äh, äh, rechts daneben die Release-Dates von Tomb Raider 1, 2, 3 und 4, sagst du. Ach, die laufen dann da so durch. Jetzt muss ich überlegen, was war die Freecam? Das war F8, genau. Ja, stimmt. Da laufen sie durch, die Release-Dates. Nice. Verdammt, das wusste ich nicht. Was ist der Death-Mode? Den bekommst du, wenn du in Steam Rechtsklick auf das Ganze machst und bei den Startparametern das da hinschreibst. Ähm, der gibt dir, ich glaube, eine freie Kamera auf F8, genau. Die schöne Zeitlupe auf R. Ja, R war das. Und ich glaube, es gibt noch Zeitschnelle auf T. Ja. Haben denn die Haie auch Granatwerfer? Also das ist ja unrealistisch. Hast du schon mal ein Haie mit dem Granatwerfer gesehen? Ähm. Die Haie dürften keine Granatwerfer haben. Die Haie dürften unverändert sein tatsächlich, genau wie alle Unterwasser-Gegner. Denn wenn man Flammenwerfertypen unter Wasser spawnt, sind die einfach nur direkt tot. Und davon hat man ja nicht so wirklich was. GTA San Atlantis. Auch der T-Rex ist ersetzt durch einen Flammenwerfertypen. Ja. Fangen, wenn das Spiel beginnt, chinesische Mauer direkt nach vorne springen und die Drehrolle macht. Das war sich um 180 Grad dreht, dann muss man nicht rutschen und stolpern, sondern kann direkt weiterlaufen und spart 0,001 Sekunde für den Speedrun. Das ist richtig. Nur man spart tatsächlich sogar ein bisschen mehr. 0,000002 Sekunden. Aber jetzt, wo laut Norfolk das schreibt, brauchen wir eigentlich wirklich eine Mod, die den tatsächlichen Gegner einen Flammenwerfer in die Hand drückt. Also, liebe Entwickler, wenn ihr das gehört habt, möchtet ihr vielleicht nochmal versehentlich einen Quellcode legen. Ich frag nur. Ich frag nur. Achso. Ja, das ist doof jetzt. Nicht. Und nur das ist dasメ played mit? Autsch. Warte, da habe ich denn keine Uzi. Ich habe Uzi. Es gab nie ein Problem. Ich habe Uzi. Da unten liegt nichts, soweit ich weiß. Ich kann gerne noch mal für dich nachgucken, aber es wäre mir neu. Nope. War hier auch nicht. Ah, ja, Manny. Das geht in der Tat. Aha. 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 viel spaß beim klettere wir haben einiges angeklettere vor uns habe heute ein video gesehen wo einer tombraille 2 versucht hat ohne rennen durchzuspielen ganz ohne geht es wohl nicht aber es sind wohl nur drei stellen ich mach dann mal null draus warum sollte das nicht schenken just good business dankeschön für den 14 reset also tun wir da zwei ohne rennen muss ich mal gucken große mauer geht definitiv komplett ohne rennen fragt der maria doria wenn man über die balken springen muss die man mit dem hebel verstellt hat diese zwei stellen haben zu viel abstand okay waren denn glitches erlaubt oder waren glitches nicht erlaubt glitches sind erlaubt ja aber dann müsste das gehen die meisten wirst du nicht starten können man die aber ich dachte gerade auch mehr nennen den fackel glitches ich habe ja schon aufgehört Aha. Ich glaube, wir gehen rechts rüber. Äh, hallo Andy Jensen. Einer fehlt. Was ein Raum. Play is Eminem. Also, das Spiel als Gegner durchzuspielen, wäre wirklich irgendwie cool. Oh, nein. Einfach als Drache das Spiel durchspielen und für jede Tür zu groß sein. Die Mönche dürften Flammenwerfertypen werden. Das Kloster von Bakang wird eine interessante Erfahrung. Dankeschön, ich werde es brauchen. Türen, lassen Sie mich bitte durch. Granaten in die Menge schießen. Jöi! Aha! 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 Wirst du jemals wieder mit Panzersteuerung spielen? Äh... Warum denn? Aha! Also ich muss wirklich zugeben, dass ich dafür im Großen und Ganzen keinen Grund sehe. Ihr habt mich an die moderne Steuerung verloren. Äh... Hallo, Varodra! fulfilled ... und ... ... chip 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 und chip 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 5 chip 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 sch rồi serez Kinder So Ding, wenn die Arsenal von der Barcelona zu 보�eso- chemicals dd, integriert wurde Mama osik Xiisa one at at k kt kt Tch! Es ist immer wieder aufs Neue überraschend, wie leicht manche dieser Sachen nun sind. Eine 5 Kilo Tüte Chips. Achso, ja. In Ordnung, Marco? Willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was denkst du, Bruder? Queen, du musst das nicht mehr schreiben. Ich muss mich ja nicht mehr drehen. Frevel, Sünde, Sakrileg? Sakrileg, die scheiß Waffe weg. Braucht man hier überhaupt noch Luft? Also... Irgendwann ja. Aber die Frage ist, braucht man hier direkt Luft? Käme man mit einem Mal durch? Wenn, dann sehr knapp. Ne, locker. Also ich hab mir jetzt am Ende sogar ein bisschen Zeit gelassen. Man hätte ja direkt, äh... nach oben gekonnt. Ähm... Andere Waffe. Das ist schon okay, Crum, weil ich möchte nur dann dann hier so beim Knie diesen Reflex testen. Das wär noch ein cooler Fun-Fact gewesen, dass man halt... sich auch in niedrigem, äh... Wasser löschen kann, wenn man sich wollt. Aha. Selbst Lara sagt, aha. Aha. Ja. Aha. Oh, oh, oh. Das ist doch ein bisschen drin. Oh, oh. 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 Okay, alles gut. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Autsch, Lara, tun Sie das doch bitte nicht. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Okay, alles gut. So, der Embuschraum. Man ist gespannt darauf, was einen dort erwartet. Und was uns dort erwartet, finden wir wohl im nächsten Stream heraus. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Dann machen wir doch mal weiter mit unserem Abenteuer. Alle Gegner sind Flammenwerfer, das hat mir gerade nicht erreicht, sondern sogar schon fast beendet. Ähm, ich entsinne mich. Ähm, ich entsinne mich. Ich bin zu faul. Ich muss das machen, ohne die Kiste zu schieben. Hallo, Bobby MacDive. Oh, dankeschön. Ähm, klappt ja, klappt ja doch noch. Autsch. Autsch. Das Spiel. Das Spiel, das glaubst du, zu laut. Oh, tatsächlich. Jetzt ist es zu leise. So. Und hinauf dort. Äh, hallo Skiaros. Wunderschönen guten Tag, hallo Lovey Frost. Oh mein Gott, äh, das da bitte. So, wir haben Wasser reingelassen, wir müssen natürlich noch die Tür gegen Ende öffnen. Hallo Cousin. Cousin. Oh mein Gott. Ich mag diesen Namen. Äh, hallo Toschi. Er nutzt die moderne Steuerung. Nein. Verklagt ihn. Er greift ihn. Ups. In diesem Level tut sie einem aber auch wirklich keinen, keinen großen Gefallen. Gerade. Na, geht doch. Entweder stelle ich mich teilweise dämlich an oder das Spiel ist wirklich schwerer als TH1. Äh, ich würde sagen, Tomb Raider 2 ist ziemlich eindeutig schwerer als Tomb Raider 1. Allein die, die Masse an bewaffneten Fernkämpfern. Tomb Raider 1 hatte 4. Oder so. Irgendwas um den Dreh. Ich weiß nicht genau wie viele es waren. Es waren weniger als Tomb Raider 2. So. Damit bitte. Das hat nicht so gut funktioniert. Nein. Der Ambush Raum ist ein richtiges Problem. Also ich meine, man kann diese, diese mega Glücks RNG bekommen, wo, wo sie einen praktisch nicht angreifen. Ziemlich lang. Aber dieses Glück habe ich gerade offenbar nicht. Und ich fürchte. Na, ich habe elf kleine Medipacks. Wieso nimmt, nimmt sie die denn nicht? Oh Gott, wir haben es. Wie viele Medipacks hat das gekostet? Fünf kleine und ein großes. Aber wir haben es. Wir leben noch. Oder wieder. Aha. Heilung bekommen wir ja auch. Ist eigentlich nicht so übel. Den No Damage bitte. Natürlich. Ah, ich glaube die Secret Belohnung für Maria Doria ist der Granatwerfer. Aha. Autsch. Nein. Autsch. Nein. Aha. Habe es jetzt als Secrets gefunden in TH2. Yay. GG. Ich bin gerade auch hart am überlegen, aber wenn ich an den Umfang von Maria Doria denke, glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht, dass der Granatwerfer als potenzielle Sieg, äh, als potenzielle Secret Belohnung es wert ist. Alle Secrets zu sammeln. Denn wenn man das nicht anstrebt, ist das hier ja ein eher kurzes Level. Oh Gott. Ich habe mich nicht rechtzeitig geheilt. Ich habe manchmal das Gefühl, die Schnelltasten zum Heilen sind irgendwie random. Egal, wir kommen mit deutlich mehr, mehr Medipacks an, als beim letzten Mal. Ich glaube, wir hatten sechs und jetzt haben wir neun. Wurik, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Oh Gott. Warum hat Lara gerade ... Keine Ahnung. Das klang irgendwie seltsam. Äh, so. Ja, dankeschön für noch mehr Medipacks. Wir werden sie brauchen. Trink die Medipacks auf X. Ja. 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 Du bist madam. Ja. 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 Oh nein! Ich hab die Gentaste möglicherweise verwechselt. Es wäre denkbar. Nur vielleicht, genau. Ich bin ein Fisch. Kommt sofort. Oh Gott, Lemuria, es ist schon in Mache, wie du gesehen hast. Ah ja, am Aufbau der Level, an der Technik dahinter hat sich nichts geändert. Oh, dürfte ich mal. Danke. Bogeyman zockt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Wir sind im Frack der Maria Doria in einem Playthrough, wo alle Gegner Flammenwerfer haben. Flammenwerfertypen sind. Hallo, auch Feenzauber. Flammenwerfertypen Ah, wir sammeln kein bestimmtes Achievement. Wir spielen eine Mod, die alle Gegner durch Flammenwerfer setzt. Ähm. Was das Spiel durchaus in einem anderen Licht erstrahlen lässt. Ja, in dem eines Flammenwerfers. Ähm. Oh, das war nicht sehr klug von mir. Wie kann man so unfassbar viel Glück haben? Das war fast unverschämt. Aha. Aha. Dann hast du Pech gehabt. Dann musst du mir hingucken. Nein, die Taucher haben keine Flammenwerfer und auch die Moränen haben keine Flammenwerfer und nicht einmal die Aale. Ich bin gespannt, endlich mal den Entwickler der Remastered-Spielreihen live zu sehen. Ihr kriegt das nie wieder aus dem allgemeinen Gedächtnis, glaube ich. Äh. Hallo Zetfire. Dankeschön für den 20. Re-Sub. Das ist ein Re-Sub. Das ist ein Re-Sub. Im Premium-Stream programmiert Marco gerade auch das Remastered zu Tomb Raider 4 und 5. Natürlich, da bin ich gerade live dabei. Tch. Selbstverständlich. Warum habe ich... Warum habe ich das Harpunengewehr ausgerüstet? Das war diese Enttäuschung mit jedem Schuss einfach. Ach, wir sind geschwommen vorher. Ja, stimmt. Das Spiel macht ja immer noch diese Sache. Wo es, wenn man unter Wasser die Waffen-Ziehen-Taste drückt, automatisch das Harpunengewehr ausgerüstet. Das ist nicht immer, was man möchte. Also, eigentlich ist es schon immer, was man möchte, aber es wäre dann so naheliegend, das an Land wieder zu ändern. Muss ich mal gucken, dass ich das in den nächsten Patch reinkriege. Ich sag's euch, wenn jetzt ein Patch rauskommt und der macht, dass sich das Spiel merkt, welche Waffe man vor dem, der Wasserpassage hatte, dann kriege ich langsam echt Probleme. Dann lassen sich die Zufälle nicht mehr erklären. Will ich hier runter? Ja. Ja, will ich. Die Zufälle lassen sich jetzt schon nicht mehr erklären. Über diesen Umstand wollte ich doch gerade ihn wegtäuschen. Aber nein. Das lassen sie in der Tat nicht. So, also, ich führe das Gespräch fort, als wäre es nicht vor etwa zwei Stunden gewesen. Aber hier soll das sein, wo es dem einen nicht möglich war, das Spiel ohne zu laufen weiter zu spielen. Wegen dieser Sprünge. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ob ich das aus dem Stehgreif mal eben packe. Wir müssen da oben hin. Äh, das war die falsche Steuer. Oh, ne, die will ich. Gerade will ich die. Ich hab instinktiv das Richtige getan. Also, wir müssen da oben hin, ohne zu laufen. Äh, ich hab mir das Video nicht angeschaut, aber ich hab mir gemerkt, welche Stelle du beschrieben hattest. Also, ich muss noch was wegmachen. Ich muss nämlich gehen sie zum Handeln ausmachen. Ah, fast. Ich möchte in diese Wand hinein. Das ist natürlich nicht sehr, nicht gerade easy wird. So. Kommen wir jetzt oben raus. Aber ich glaub, du verstehst den Gedanken, den ich hatte. Ich bin jetzt möglicherweise etwas übers Ziel hinausgeschossen, das gebe ich ja zu. Hier bin ich. Ach, du meinst das Level davor. Boah, das Level davor. Wofür ist eigentlich das gehen sie zum Handeln? Das kann ich dir sofort erklären. Moment. Also, ich lass jetzt mal die Fackel fallen. Und ich sammle die jetzt mal, während ich ungefähr daneben stehe. Und wie du siehst, wird Lara direkt an diese Stelle teleportiert. Sodass sie die Fackel aufheben kann. Wenn ich hier den Haken reinmache. Und ich drücke jetzt nur sammeln. Äh. Dann geht Lara dorthin. Gehen sie zum Handeln. Und das ist auch schon alles, was dahinter steckt. So, also du meinst den Level davor, wo man eigentlich den Unterbrecher einsetzen muss. Ah. Dann macht das alles auch viel mehr Sinn. Denn da würde mir spontan tatsächlich wirklich keine Methode einfallen. Ah, das stimmt. An die Stelle hatte ich gar nicht gedacht. Und da kann ich jetzt auch überlegen. solange ich will. Letzten Endes haben wir dafür den Speedrun jahrelang nach einer Alternative gesucht. Und keine gefunden. Also okay. Ich lasse es durchgehen. Ist ein valides Argument. Und das sind ja auch dann direkt zwei Sprünge mit Anlauf, die man braucht. Sieben. Ja, ich war sieben. Dankeschön für die Knabbersachen. Ich bediene mich so gleich. Die schwimmenden Inseln wären das Dead End gewesen ohne Rennen. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, die gehen. Es ist ein bisschen eine verquere Route, aber ich glaube, sie gehen. Schinken. Schinken. Zweimal um die Sonne als Schinkenritter. Oldschool-Streuner. Dankeschön für den 24. Resub. Naja, es gibt in den schwimmenden Inseln ja diesen Bereich mit den unterschiedlich unsichtbaren Plattformen praktisch. Da kann man hinspringen ohne einen Anlaufsprung. Und von dort aus könnte so flickermäßig was möglich sein zu der Tür. Also ich kann mir vorstellen, dass das geht. Oh, wir laufen. Ja, ich weiß, da ist ein Secret, aber mir ist zu spät eingefallen, dass der Gegner dort um die Ecke ja sehr gefährlich wird. Oh, ich möchte hier einmal raus. Dankeschön. Nein, die Haier haben keine Flammenwerfer. Wäre ja albern. Äh, das da. Der Drache spuckt Flammenwerfertypen, die selbst Feuer schießen. Oh nein, der kann nicht klettern, der Flammenwerfertyp. Naja. Okay, er da unten ist richtig gefährlich. Ich meine, der beste Move wäre jetzt natürlich, wenn man ihn ignorieren könnte, aber das sieht nicht ganz danach aus. Ich glaube aber, wir konnten ihn wegloppen. Ja gut, easy. Äh, alle Gegner außer fliegende Gegner und Unterwassergegner. Wie kann man sich eigentlich so platzieren, dass man den maximalen Andauf nutzt? Soweit ich weiß, müssten die Mönche ersetzt sein durch Flammenwerfertypen, ja. Oh, okay. Geht doch. Die Quartiere. Äh, Quatsch. Also, an Deck sind wir jetzt. Die Quartiere war das gerade. Wir holen uns den Granatwerfer mal direkt am Anfang. Die Flammenwerfertypen sind, äh, sind nicht nett, nein. Das hier ist ohne Glitches. Also, die Flammenwerfertypen im, im Kloster werden uns, äh, auch angreifen. Und zusammen mit den Söldnern, die da normalerweise sind, sind da, wird das natürlich eine Masse, eine ganze Masse an Gegnern sein. Ein halber Mie. Es wird ein Röstfest. So ist es. Etwas über 40 Flammenwerfer. Ah, holy shit. Ups. Nee. Das ist dort. Hm. Seltsam. Nessa, danke schön für deinen Sub. Schinken. Achso, der ist, der ist der unten. Ah-ha. 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 Irgendwie habe ich den Taucher dort nicht erwartet, obwohl ich hätte wissen müssen, dass er da liegt. Wo soll er sonst liegen? Aha. Hallo. So, das bitte einmal ziehen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich düster daran, die, die Flammen im, im Release direkt waren relativ furchtbar. Okay. 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 Also, Nein! Ich lebe noch, das gilt. Ich lebe nicht mehr. Schade. Meri. Meri. Danke für deine tollen TR-Videos. Sie haben mir schon sehr oft weitergeholfen. Freut mich, dass sie dir gefallen. Und hallo, the only soul. So, er dürfte theoretisch... Ach, warte, der kann sich hier gar nicht hochziehen. Hier müsste auch ein Flammenwerfertyp kommen. Der ursprüngliche Gegner würde hier hochklettern und dann auf uns zurennen. Er hat auf uns gewartet. Das ist eine Sache, die passiert leider. Na warte, aber ich kann ihn ja einfach da versauern lassen. Er kommt ja nicht hoch. Aha. Carsten mit C. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hallo lieber Chat, ich muss dich hier nochmal hochloben für das Eisberg-TR-Video. Jöi. Aha. So. Äh, wir wollen den Flammenwerfer. Ey. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist eher sowas wie, wir wollen den Kanat, den, die, die Schrotflinte benutzen. Von allen Waffen. Diese Schleifspur gab's dem Original schon? Tatsächlich. Die Schleifspur war so ein bisschen ein... Schinken. Ein Schinken, genau. Nein, so ein bisschen ein Hinweis auf das, was man machen müsste mit der Kiste. Äh, Universe Dreamcat, dankeschön für den 32. Resub. Ich bin sehr froh, dass die so wenig aushalten. Schinken. Banny, dankeschön für den 27. Resub. Aha. Endlich wieder online, nach all den Jahren. Schinken. Äh, hallo, Karel. Warten die mal. Ich hab erst gelesen, gibt's, gibt's eigentlich schon ein Remaster für das Remastered. Ähm. Randomizer gibt es noch nicht. Randomizer ist in Arbeit. Wenn ich das sage, klingt das als würde ich da auch noch drin stecken. Ja, ich mach das Spiel und den Randomizer. Eigentlich alle Programme sind von... Nein, ähm, aber ich weiß, dass der Randomizer in Arbeit ist. Das steht ja auch offiziell auf der, der, der GitHub-Seite. Äh, es ist immer noch ein bisschen broken hier. Schade. Aber gut, was habe ich erwartet? Es kam ja seit dem ersten Patch kein, äh, kein weiterer. Hm. Alles, was wir sehen, stammt von Hutko. Ja, aber ich mag Dona... Donationes mag ich als Wort mehr als Donations. Ich verstehe den Reiz hinter Donations. Ich verstehe auch den Reiz hinter Döner. Das tue ich in der Tat. Äh, es ist, äh, aber... Äh, äh... Der, der Gag ist doch alt. Man muss sich doch mal auf Neues einlassen. Wie zum Beispiel Pizza. Wie originell. Aha. Außerdem, wenn man Pizza mit Schinken belegt, guckt da niemand komisch an. Macht das mal mit Döner. Ja, genau. Genau, Mayopaus. So gucken die dann. Bäh. So. Der Gute als Lagerschlüssel. Gurkensalat. Schinken. Julia, danke für den zwölften Re-Sub. Aha. Habe ich Julia gesagt? Jule. Entschuldigung. Man, man, man hovert so schnell über die Zeile und... Dann werden Leute plötzlich umbenannt. Julia geht auch. Jőay! Das war nicht ganz wiees. Wollte... egal! Wir leben ja noch. Wieso bekomme ich nicht mal E-Mail-Erinnerungen, dass er un ist? Weil du mal was Vernünftiges gucken sollst, Prof. Nicht immer nur dieser komische Streamer mit dem albernen Hut. Wie lange machst du schon Twitch? Also, an Twitch habe ich nicht mitgearbeitet. Ähm, äh, ich streame seit 2016. Schinken. Seit 2016 streame ich Schinken, genau. Nachdem ich anfänglich, ähm, mich contentmäßig mehr so auf Toon Raider spezialisiert hatte, habe ich mich dann später durchgerungen, endlich mal was anderes zu machen und bin bei Toon Raider gelandet. Ähm. Ist eigentlich nicht das Einzige, was ich streame, aber zur Zeit der Remaster, oder seit dem Release der Remaster, habe ich hier einiges nachzuholen. Ich wollte... Die Zeit nehmen wir uns jetzt gerade mal. Im Januar habe ich mir den Vorsatz gemacht, 30% meines Contents sollen Toon Raider sein. 33% war der maximale Zielwert. Warte gerade darauf, dass das hier geht. Dann schauen wir mal, wie gut ich mich daran gehalten habe. Also, angefangen, dass wir hier am 1. 2024... 1. Januar, um genau zu sein... ...bis heute. Also, rechnen wir auch mal. 28,1% plus 14,2% plus 4,5% ...plus 2,4% plus 2,4% ...plus 1,7%, 1,6%, self-guards, 1,5% Also, wie viel Toombraider hat denn der, wie viel Prozent macht denn Toombraider aus? 58,6. Ja, das ist ein bisschen mehr als 30. Knapp daneben. Leicht verflügt. Also, entweder schafft er es nicht, oder irgendwann wird es kein TR mehr geben. Ja, machst du das? Irgendwann muss ich ein bisschen weniger TR streamen und dafür mehr Remaster rumprogrammieren. Und in Smash-Up-Programmieren. Aha. Müsstest du die Prozente nicht auf Grundlage an neuen Basis rechnen, statt sie einfach zu addieren? Nee. Diese Liste geht alle Spiele durch und die Summe sind 100%. Ich musste da jetzt praktisch nur die Werte ignorieren, die nicht Toombraider sind. Wann kommt denn der nächste Patch, Marco? Äh, in ein paar Tagen tatsächlich. Okay, warum kann Lara denn auf einem Schneemobil brennen? Warum ist ganz? Warum ist ganz? Ähm, nein, ich wollte laden. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Ich hab doch dieses gemacht, wo ich so ernst gucke. Wieso klappt denn das trotzdem nicht? Jetzt aber. Tada! Mein Glücksernst gucken. Das war nicht ernst gemein. Ja, das... Das wird... Das wird es sein. Dieser Fahrstil ist vollkommen vernünftig. Ich... Jegliche Unfälle sind absolut ausgeschlossen. Halblage eigentlich nur ein Führerschein. Jetzt nicht mehr. Ähm... Oh, der nächste Raum wird lustig. Oh je. Oh je, Mini. Hallo, Jasmina, Valdurina. Dankeschön. Für den 100.000. Und für den 49. Ich konnte gerade nicht hingucken und hab geschätzt. Stimmt. Ihr werdet ja auch ersetzt. Ah, da hab ich gerade gar nicht gedacht. Es sind, glaube ich, im Original dann zwei Schnee-Diopanen, die ich aber immer ignoriere. Also die nicht wirklich nur Bedrohungen sind. Wir Zuschauerleins haben keine Flammenwerfer, wir wurden nicht ersetzt. Was? Dann müsst ihr übersehen worden sein. Aha. So, die Rückfahrt wird jetzt möglicherweise etwas gefährlich. Ein klein wenig. Hier muss ein zweiter sein. Uuuuh. Okay. NewMod. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Speichern. Oh, hören Sie doch auf, Mensch. Ah, stimmt. Die, die Dreiergruppe, klar. Wobei, wobei, wir haben den Granatwerfer. Ja, die Dreiergruppe dürfte kein Problem werden. Dürfte. Also, ich verbiete es. Also, ich verbiete es. Aha. 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 Das war genau die angemessene Reaktion anhand des Grats der Bedrohung. Oh, wir haben natürlich jetzt am Ende gar kein Schneemobil, aber ich glaube, das kann uns relativ egal sein. Fünf Gold? Du gibst mir fünf Gold dafür, dass du mein Leben zerstört hast? Heute ist so ein seltsamer Tag. Vielen lieben Dank, unbekannt, für die liebe Donation. Was du gerade gesehen hast, war ein Bug, den die Flammenwerfer-Mod bringt. Ich vermute mal... Ich meine, die Animationen, Laras Animationen, sind ja Teil der Level-Datei. Ich vermute mal, dass die neue Animationen in der modernen Steuerung für das Kant nur unterlassen, das nach vorne, dass die einfach nicht in der Datei ist und dann dieses Herumgebagge da stattfindet. Das ist schade. Bitte verbessern Sie das, Herr Level-Macher. Äh, Herr Mod-Macher. Herr Mod-Macher. So klingt das wie ein wirklicher Name. Mein Name ist Fabian Mod-Macher und ich heiße Sie herzlich willkommen. Das ist meine Mod. Es gibt viele Mods, aber diese ist meine. Was geht wieder los? Was geht wieder los? Ach, die Miaus und Wuffs. No. Hier schauen halt auch Haustiere zu. Das ist meine Mod-Macher. Das ist die Britannische Dingsbums-Gebirge. Warte. Hier dürften jetzt theoretisch sehr viele Flammenwerfer rumlaufen. Ja, das ist in der Tat der Fall. Äh, Petruschka. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Passiert das wirklich? Marco und Le Moi sind gleichzeitig... Eine Gehirnzelle. Ich lese es mit französischem Akzent und dann steht da auch noch Le Moi drin. Online. Warte. Welch... Eine wonnige Freude zum Samstag. Hallo, Macolon, du schöne Milchreis-Kreation. Du wurdest vermisst. Jöi. Sie aber auch, Petruschka. Es war so schrecklich leer. Ich stelle mir gerade eine Katze vor, die Tales Gaming guckt und mit einer Kreditkarte dem Strömer spendet. Äh, warte, warte... Ob das... Oh, nein. Wir müssen anders. Wir müssen ein bisschen anders. So, hier müsste ein Mönch sein. Der jetzt einen Flammenwerfer hat. So ein Mönch des Feuerordens, oder so. Jetzt mal googeln. Äh... Was tun, wenn meine Katze meine Kreditkarte fälscht? Kreditkartenbetrug. So schützen sie sich. Scheint öfter vorzukommen. Oh, nein! Was tun, wenn meine Katze erkältet ist, schnupfen hat, kotzt, Flöhe hat, Verstopfung hat, Fieber hat? Gut. Wie soll der Satz auch sonst weitergehen? Was können Katzen denn sonst tun? Na ja, Kreditkarten fälschen. Aber das steht da natürlich, äh... Nicht dabei. Das halten sie geheim. Oh, Marco. Hm, Latzen. Okay. Äh, Katzen können so viel tun, wenn du nicht hinsiehst. Ja, bei Katzen und wenn man nicht hinsieht, irgendwas klingelt da fast. Ich glaube, es ist, äh, Schrödinger, der klingelt. Wenn meine Katze meinen Gaming-PC stiehlt und heimlich Speedruns macht. Hallo, Blackjackie. Das ist mir noch nie untergekommen. Ich glaube, es gibt gleich Stress. Ja, warme Luft steigt nach oben tendenziell, wenn du das lang genug machst. Irgendwann brenne ich. Ähm... Nun, ich habe dann irgendwann gebrannt. Ach, was ist denn das immer? Äh, ich wollte eigentlich den Granatwerfer. Da. Aha. Es gibt schon länger Mods hier. Mods mit, mit allem möglichen, erdenkbaren. Äh, das hier war eine der wenigen Gameplay-Mods. Weshalb sie mich auch interessiert. Äh, eine Mod, die jetzt irgendwie Laras Brille ersetzt oder so, finde ich an sich nicht so interessant. Dass ich dafür ein Playtime machen würde. Ach, ich bin doof. Och, Mensch. Zum Glück bin ich nicht verbrannt. Ah-ha. Ah-ha. Wie findet ihr in neuen TR-Spiele? Finde, sie sieht gar nicht mehr aus wie Lara, sondern eher wie eine Schwester von ihr. Äh, ich habe nicht gedacht, dass der Moment mal kommen wird, aber ich glaube, du musst genauer sein, welche neuen TR-Spiele du meinst. Ich meine, gerade sind das hier ja die neuesten. Hallo, das bin ich und das ist meine Schwester. Woran kann es liegen, wenn man Remasters startet und nur einen dicken schwarzen Rand hat, in der Mitte richtiges Dunkelblau ist, mit Schwarz irgendwas da steht, was man nicht erkennen kann, weil das Blau so dunkel ist und es nicht weitergeht. Das ist ein eigenartig spezifisches Problem, mal vom Satzstaat ausgehend. Ähm. Hä. Welche Plattform? PC. Also, die Standard-Herangehensweise wäre jetzt, hast du schon mal versucht, den PC einfach neu zu starten. Wenn das nicht geht, sind deine Grafikkartentreiber auf dem aktuellsten Stand. Wenn das nicht geht, äh, kannst du Steam mal die Validität deiner Installation überprüfen lassen. Alles schon gemacht. Hattest du das Problem denn schon immer? Oder ist das etwas neu dazu gekommen? Muss. Es ist ein ziemliches Glück, dieses Mal gehabt. mit den Flammenwerfern. Wollte es mal anspielen, Steam installiert, Remastered runtergeladen, hat noch nie funktioniert. Muss halt leider zugeben, dass ich keine Ahnung habe, woran das dann liegen kann. Ja gut, man kann natürlich fragen, welche Grafikkarte hast du, aber ich denke mal, dass so gut wie jeder PC die Mindestanforderungen hiervon erfüllt. Du meinst Shadow of the Tomb Raider und so? Ich mag Shadow of the Tomb Raider, ich finde die beiden Vorgänger ziemlich doof. Also Tomb Raider 2013 fand ich eigentlich am schlechtesten von allen Tomb Raider Spielen. Rise war dann schon wieder besser und Shadow ist einer meiner Favoriten. Teilweise finde ich es ein bisschen schade, dass diese Trilogie jetzt erstmal nicht weitergeht. Gleichzeitig bin ich gerade natürlich unglaublich glücklich über die Remaster. das das VD-Remaster, ja, ja. Ich hatte gerade völlig vergessen, dass dieser Raum voller Gegner sein wird. Nein! Aber wir haben genug Munition gesammelt. Aha. Ich dachte mir gerade, wie kann er so freudig in den Raum springen. Unwissenheit, Peter. Unwissenheit lässt mich vor Freude hüpfen. Aha. Staudzürme, staubzürme, 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 staubzürme. Ja, wir machen zuerst das hier. Oh, dieser Raum. Staudzürme, staubzürme. Ja. 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 Ich glaube, ich habe diesen Raum überschätzt. Also üblicherweise ist ja in so gut wie jeder Challenge einer der schwierigeren. Aber da die Gegner hier so wenig aushalten, dürfte das relativ leicht werden. Gut. Relativ leicht, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt Kinderspiel. Hallo? Hallo? Okay, es geht ja. Geht doch. Danke für eure Kooperation. Einmal speichern, bitte. Warum gibt es keine Mönche? Äh, weil die Mönche den alten Göttern abgeschworen haben und nun das Feuer verehren. Ich sah gerade so aus, als würde es im Boden stecken. Alle Gegner sind Mönche. Nein! Nein! So, jetzt bin ich auch dabei. Hier bin ich. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich euch alle hier versammelt habe. Äh, sei herzlich willkommen. Ist das auch wegen der Mod, dass die Rollen im Boden sind? Ist die einzige Erklärung. Ähm. Hochschlangen! Schwung! Schwung! Ich vergaß, was wir spielen. Ach, verdammt. Hättest du auch so gesagt, Peter. Juhu, Taydi ist wieder back und spielt Tumireidi. Sag sowas nie wieder. Aha. Nein! Du darfst es nicht lieben. Es ist verurteilenswert. Oder so. Also, speichern. Taydi und Taylinchen. Aha. Aha. Habe ich denn hier irgendwas da, das, äh, dazu passt? Peter, du solltest aufhören, das zu zitieren. Und wenn ich das nicht tue, dann haue ich dir volles Pfund aufs Maul. Äh, wie ist eigentlich die Lore der schwingenden Kisten? Gibt es da einen Ansatz? Ähm. Nein. Physik ist eine Glaubenssache in Toon Raider, denke ich. Edler Einsatz in Zitats. Dankeschön! Meine Auswahl war sehr beschränkt. Ich habe genau vier verschiedene Sounds. Ne, ne, ich habe schon, schon, also, ich denke immer, ich hätte nur drei, aber, äh, der vierte meldet sich dann zu Wort und sagt, Vergessen Sie mich nicht! Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Ups. Sammeln wir die Secrets? Ja, komm, wir sammeln die Secrets, wieso nicht? Oh Gott, wenn ich das überlebt hätte, hol ich sie. Aber wir haben nicht überlebt. Schade. Auch Lara findet das schade. 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 Ich bin interessant. Ich habe schon ewig kein Motto mehr gehabt. Okay, es wird also mal wieder Zeit dafür. Ich bin Nein, 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 nein. Okay, erließ sich Zeit. Zu viel davon. So, ich müsste eigentlich alles haben, was ich brauchte. Finde ich. Wäre schön. Bist du jetzt böse mit Miri? Hör ihr auf, wie sonst, timey outie für 60 Sekundi. Hast du das nun verstanden, bitte? Wenn er das sagt, dann meint er das absolut ernst. Er klingt doch sehr ernst und ernst zu nehmen dabei. Marco, gibt es bald eine Autobiografie von dir? Ich habe nach wie vor keinen Führerschein und möchte deshalb auf alles, was mit Autos zu tun hat, verzichten. Ähm, das ist besser so. Aha. So. Als Pablo dachte, der Chat wird angegriffen. Und du meinst, als sich alle gesprengt haben und niemand Pablo Bescheid sagt, gesagt hat, hey Pablo, wir haben heute vor uns alle zu sprengen. Machst du mit. Ja? Das muss seltsam gewesen sein. Oh. Entschuldigung. Ich bin sehr schreckhaft. Und wenn du es Memoiren nennst, Prof für so etwas wie Memoiren braucht man ein Erinnerungsvermögen. Ähm. Wegen YouTube hier gelandet. Tja, irgendjemand ist immer schuld. Häm. Pfff. Tja, Tja. auch wegen youtube hast du eigentlich auch schon mal level erstellt im level editor ich glaube es gibt kaum jemanden der also ich meine ich habe das gefühl neue streamer finden auf twitch das ist nichts was man auf twitch tut manchmal wirkt es ein wenig so ich habe noch keine level erstellt nein noch nie meli du darfst mich auch mickey nennen wenn du willst ich wollte mich zuerst drüber beschweren dass da wieder überall ein i am ende hängt aber das ist ja richtig so das bitte du bist hier weil du einen sockenschuss hast was ist ein sockenschuss ist das ein wort das man kennen sollte der begriff sockenschuss stammt aus dem wäscherei wesen er bezeichnet einen vorgang bei dem einzelne socken mittels nadel und faden manuell oder mit einer speziellen pistole locker für bestimmte zwecke zusammengeheftet werden guten tag ich habe vor sie mit einer pistole locker für bestimmte zwecke zusammenzuheften das klingt schon nach einer drohung mickey maus ist dann die gespeck ich weiß nicht was dieses wort ich glaube dass nicht das für master ich glaube durch die mod ist hier mit diesem stern irgendwas durcheinander gekommen ich glaube das sieht normalerweise auch im remaster nicht so aus als redensart ein sockenschuss haben bezeichnet der begriff ein eine person die man für verrückt hält also aha ups ups ja eben so marco was ist denn da in deinem zimmer ja ich ich streame hier gerade danke dass du nachfragst die kornkammer die kornkammer das ist immer noch derselbe hut den ich vorher trug also nein er ist nicht neu der kornspeicher ist voll mein lord wenn marcos festplattenplatz wieder zur neige geht ja ja auch jenes wie gesagt ich schätze es liegt an der mod ja palgern einen wunderschönen tag wünsche ich ich komme nicht umhin anzumerken dass eben jemand mit dem namen tsc gun hier war und pro sekunde mindestens fünfmal häufiger geschossen hat ähm ja rando text holen wird super alles richtung randomizer wird super eine krähe denn geflügelte fliegel werden nicht äh geflügelte flügel fliegel fliegel geflügel geflügelte 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 werden nicht ersetzt der tombaider 3 text tobak geht nicht mehr ne 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 der ist behoben gepflegtes geflügel gepflegtes geflügel gepflegte geflügel fliegel fliegen pf aha pf 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 Marco, der Hut passt der Arsch auf einmal. Äh, danke. Aber es gibt hier niemanden, der reinscheißt. Marco, wenn du geflammenwerfert wirst, wirst du dann Popcorn. Es gibt Mods für das Remaster. Wir spielen gerade eine. Sie macht, dass alle Gegner Flammenwerfer sind. Und es ist eine interessante Spielerfahrung. Ne, eigentlich finde ich die Mod doch kacke jetzt. Ja, das an der Säule ist vermutlich ein Bug. Bug als Teil der Mod. Also ich denke, die Textur sollte da nicht sein. Du wolltest wissen, was das ist. Ähm, also das... Da ist natürlich unter anderem drin verbaut. Praktisch Laras... Ne, nicht Laras Jacke. Doch, Laras Jacke. Da, das Häschen. Da, das Häschen. Aber in der Originalgrafik halt. Ja, Originalgrafik, Häschen. Originalgrafik. Gedöns. So, da ist irgendwie eine Flamme mit drin. Und irgendwas vom Tempel. Das ist definitiv knuselig. Ich meine, dass das... Ähm... Mit dem Platzhaltermodell. Mit dem Modell Nummer 1. Ist ja wirklich etwas. Das einem beim normalen Spielen jedes Mal begegnet. Und man kann es trotzdem potenziell nie richtig erkennen. Was da herumfliegt. War saubere Archäologie, Marco. Tolles Video. Joi. Äh, hallo Sidious. Oh Gott, ein Level, das noch spannend werden dürfte, ist natürlich Laras Zuhause. Du, 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 du. Da hast dich möglicherweise beim Namen dieses Levels verschrieben. Möglicherweise passt das aber auch so. Ja, sag mal diese Wörter. Ah! Ah. Ah-ha. Schade. Ähm. Saatkartoffel. Dankeschön für den, äh, wie heißt das? Die Watchstreak. GG für die Watchstreak. Nein, der Trinkstil. Äh, Melli, was? Alter, was? Ähm, ähm, ähm. Marco haben alle Gegner Flammenwerfer. Alle Gegner haben Flammenwerfer. Du warst schon eine Weile nicht mehr da. Nomad94, dein Name kommt mir aber bekannt vor, so als hätte ich ihn praktisch vor einer Weile erst gelesen. Was? Verhindere, dass die Mönche getötet werden. Mit dem Download der Mod, die alle Mönche durch Flammenwerfertyp ersetzt, habe ich effektiv verhindert, dass hier Mönche getötet werden. Das ist wohl richtig. Dankeschön, dankeschön. Das war mir eine große Ehre. Ich finde das so ungewohnt, dass, ähm, Achievements trotz Mods aktiv sind. Ich meine, gut, ich habe aber auch schon mal gesagt, dass mir die Steam Achievements sehr egal sind. Aha. Quatsch, da geht's ja weiter. Okay, Marco. In Ordnung, Marco. Was auch immer das war, es hat funktioniert. Um nochmal auf das letzte Level zurückzukommen. Alle sammeln und irgendwo in eine Wand baggen. Was? Wen willst du in eine Wand baggen? Und dann sprengen. Du willst die Mönche des Klosters von Bakan alle sammeln, sie in eine Wand baggen und dann sprengen. Habe ich das richtig verstanden? Der Granatwerfer macht, äh, hat nicht wirklich eine nennenswerte Reichweite. Marco, das letzte Level, nicht das letzte Level. Ach so, du meinst das letzte Level und nicht das letzte Level. Ich dachte, du beziehst dich auf das letzte Level, aber du hast stattdessen das letzte Level gemeint. Und das ist dann natürlich was völlig anderes. Ähm. Das allerletzte hier. Danke für das Feedback. Ach, ist das sein Ernst. So. Jawoyen. Ist die Brandschutz-Trophäe wirklich so schwer? Oder wieso muss man gleich das ganze Spiel modden? Tsch. Ups. Brenne und lösche dich. Ich erinnere mich, da war ja was. Aber Melli, ich glaube, ich werde diese Taktik jetzt sogar umsetzen. Denn ohne hier zu brennen geht es gefühlt nicht. Oder ich mache es halt ohne hier zu brennen. Gibt es denn auch eine, alle Laras sind Gegner-Mut? Und sie heißt Tomb Raider 2. Boah, wie schade, dass das nicht geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich unmöglich ist. Aber es scheint so zu sein. Ups. Skyrim gehört den Nord. Ich muss weiter links stecken. Ich muss weiter links stecken. zentralisiert. Wann wird der zentral vor den Hebel gestellt, meine ich damit. Boah, ich muss in so ein Aldi Nord. Ich will mal einen echten Wort sehen. Uuh. Aldi Nerd. Nerd. Sagt dir die moderne Steuerung inzwischen mehr zu, als die alte? Naja, man braucht ja alle. Man braucht ja die moderne Steuerung, um die alte zu steuern. Nein, ähm, die moderne, ja, meistens schon. Es gibt Ausnahmen, es gibt, äh, gibt Orte, da muss man, muss man, äh, ziemlich präzise sein. Da eignet sich die moderne Steuerung nicht ganz schön. Nur 90% der Zeit macht sie, macht sie dasselbe wie die alte Steuerung, nur schneller. Ja, der hackt dann natürlich. Oh Gott, nein, das tut er nicht. Ähm, dann habe ich das irgendwie verkackt. Also es gibt irgendwas, was ich da nicht beachte. Es wird dann aber auf jeden Fall gehen, wenn er das macht. Warum haben alle Flammen, alle Gegner Flammen hervor? Ähm. Ich denke in jedem Level gibt's da andere Gründe. Ich meine, hier ist zum Beispiel ziemlich kalt. Äh, hab dem Layout selbst noch keine Chance gegeben. Wollte mal wissen, wie der Speedrunner urteilt. Sie ist schon ein ziemlicher Game-Changer. Aber durch den neuesten Patch ist sie... Sie ist deutlich besser geworden. Und ich bin mittlerweile ein ziemlicher Fan davon. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen Zeit lassen. Dramatisch! No Bullet Time! Okay, ja gut, dann nicht. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich sündigen könnte. Ich hab tatsächlich mich kurz gefragt, äh, warum... Warum, äh, der Death-Mode eigentlich... Etwas ist, das in Speedruns zum Beispiel nicht erlaubt ist. Aber jetzt, wo ich es sehe, ja, es gibt literally eine Funktion, die das Spiel schneller laufen lässt. Wäre unpraktisch, wenn Speedrunnen... Ich bin auf. Ich frage mich, wie schnell man es stellen müsste, damit man es nicht mehr gescheit steuern kann. Einfache Geschwindigkeit, wenn ich so manchen meiner YouTube-Kommentare Glauben schenken darf. RTL 20 Minuten, IGT 20 Stunden. Der Ingame-Timer müsste eigentlich auch schneller laufen dann. Ja, das tut er. Es gibt sogar, es gibt sogar ein Gameplay-Demo-Feature. Ein Demo-Feature, ne? Ich glaube, mit F6 war der Capture-Mode. Jetzt kann ich das hier capturen, weil ich Bock habe. Ich beende das und dann muss ich F7 drücken. Und Lara tut dasselbe nochmal, während ich mit der Freecam mir das angucken kann zum Beispiel. Jo, die Frage ist, wie komme ich da wieder raus? Ah, ok. Und dabei brenne ich, ja. Ja, gelobt, gelobt seien die Hotkeys. Leider im Remaster haben sie die Demo-Videos von Tomb Raider 2 und 3 rausgekürzt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich dachte gerade, dass die Schneebälle Feuer spe... Geht's dir gut, Melly? Alles in Ordnung? Äh, Playstation-Version von Tomb Raider 3 hat auch Demos. Aha. Aha. Dann gucke ich doch mal diesen... Ich bin ein einfacher Mann, ich sehe einen Clip, ich drücke drauf. Hebeltrick. Oh, er hat Gehen Sie zum Handeln wahrscheinlich aus. Jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ist das naheliegend. Lea. Weil bei mir hat Lara, ist Lara ja direkt in die, die, das Zentrum gelaufen praktisch. Würde man eigentlich das Remastered quasi zurück modden können, um auf der PS1 zu spielen? Also, ich würde dann erstmal fragen, warum man das will, weil es gibt ja die PS1-Version. Ähm. Und, äh, Hardware-mäßig könntest du das vergessen. Also, keine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Chance. da will ich rüber genau genau da will ich rüber einmal ps3 plus zweimal ps1 oder einmal ps3 plus einmal ps2 mal ehrlich wenn man fünfmal eine ps1 addiert kommt man immer noch auf die halbe leistung von marcus aktuell im pc diese leistung hat uns auf den mond gebracht wollen mach dich nicht über sie lustig und 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 aber ich habe ja schon gesagt dass sich aber du hast es offenbar auch schon mitbekommen ich werde nun nach zwölf jahren mal anfangen für einen neuen pc zu sparen und zwölf jahre nein 13 ach du scheiße naja ich bin noch im sparen bereich heißt äh noch noch ist er ja noch gut also wenn du von windows 11 spricht so kann ich das ohnehin nicht installieren weil ich die mindestanforderung nicht dafür ich habe gar kein so großes interesse daran mein problem ist eher das nun seit den remasters äh auch tomb raider ein bisschen herum stottert du hast gerade eine mediamarkt werbung bekommen die am 1. März abgelaufen ist ja aber bevor man ich finde das aber okay bevor man die werbung jetzt in den müll wirft ähm obwohl die eigentlich ja noch gut ist obwohl man die noch essen kann finde ich das okay dass es da so ein programm gibt das dann für für günstiger raus zu hauen nein twitch was soll das wie viel würdest du ausgeben für einen neuen pc zu viel offenbar also bei diesem pc habe ich den vierstelligen bereich damals nicht erreicht und er hat mir 13 jahre gute dienste geleistet äh nun ist mir bewusst dass hardware teurer gewonnen ist du gibst mir 5 gold dafür dass du mein leben zerschwört hast also würde ich diesen dieses mal wohl streifen äh äh was war das? äh zuuuuuuuuuuuul dankeschön für deis bardos ja das habe ich mitbekommen also ich meine der rest geht das ist einiges nicht so teuer wie da manches günstiger ähm aber aha gpu ist nicht angenehm ich meine manches brauche ich nicht glücklicherweise also ich brauche keine neue Tastatur oder so die ganze Peripherie aha was ja beim ursprungs pc dabei war nicht dabei war aber ich auch gekauft habe äh was haben PCs so? Festplatten ich brauche keine Festplatten das heißt ja fast dass ich auch nen PC endlich mal kaufen müsste wenn Marco irgendwann einen kauft Peter wie alt ist denn da ne? erzähl mal jetzt bin ich gespannt äh ey ich hab ich hab 13 Jahre gegeben ne? 13 Jahre also Seiner ist also mehr als 12 er könnte immer noch jünger sein als meiner oh das wird ein unangenehmer Raum ja genau au selbstverständlich selbstverständlich hä was eure Prozessoren haben schon Kern? da man war nur Schale dabei ähm warte da das ist gar keine so schlechte Frage Mario Paros natürlich aber ich sag mal wenn du die Hälfte der Komponenten ausgetauscht hast dann ähm komm also der Inneren kann man schon von einem neuen PC sprechen was sind denn Gigahertz? was ist das ificant was ist das so Aber ich stell dir, stell mir gerade vor, wie wir alle einfach nur total fragend uns angucken, während Prof vor diesem Sandstein sitzt. Und keiner von uns versteht, wie es funktioniert, aber er kann damit schreiben. Ich habe einen ganz neuen Wasp, die Spiele laufen trotzdem. Was? Wirklich? Wie kommt das denn zustande? Ähm, speichern. Was? Ist halt witzig, dass das, was Whisky fragt, das Erste wäre, was ich nachgucken würde. Ja, aber läuft seinen Türen? Ich habe halt irgendwann mit Dampf nachgerüstet. Warte, suggerierst du, dass du deinen PC praktisch das letzte Mal aufgerüstet hast zum Release von Steam? Ist das wirklich so gemeint? Äh, hallo DJ Guriku. Aha. Achso, äh, hier. Ich habe mein WC zum letzten Mal in den 70ern aufgerüstet. Ich bin subtil in DS. Warum? Ich bin subtil in DS. Und jetzt wolltest du gerade noch mal Rasen mähen, aber er ist schon gemäht. Ah, alle Gefäße für Biomüll sind voll. Wir Menschen machen uns aber auch Probleme, indem wir Dinge simplifizieren. Wenn wir sagen, alle Gefäße für Biomüll sind voll, meinen wir ja nicht wirklich alle, sondern nur unsere. Wenn wir einfach mal wirklich alle nehmen, dann verschwindet das Problem von selbst. Ach, es ist so schwer, die Ländereien in den Stand zu halten. Der Jahr kann unmöglich den ganzen Rasen alleine werden. Entschuldigung. Oh, warte. Dieses Level ist gerade signifikant einfacher geworden, als mir eingefallen ist, dass wir gar keinen akustischen Rasen mehr haben. Äh, dass wir gar nicht alle Secrets brauchen. Wir haben jetzt einen fancy Akku-Rasenmäher. Schön, dass ich einen akustischen Rasenmäher daraus gemacht habe. Was soll denn ein Rasen-, ein Akku-Rasenmäher sonst sein, außer ein Rasenmäher mit Akku? Was soll denn ein Rasen-, ein Akku-Rasenmäher sonst sein, außer ein Rasenmäher mit Akku? Äh, wie ein Benzin aber mit Akku? Ich hab das Kabel gemäht. Ich hab das Kabel gemäht. Das ist ein bisschen so, oh, ich hab versehentlich meinen Kopf verschluckt. Das ist ein bisschen so, oh, ich hab versehentlich meinen Kopf verschluckt. So, Kamera, hör auf Schwachsinn zu machen. So, Kamera, hör auf Schwachsinn zu machen. Es macht so viel Spaß, diese Steuerung. Ich bin, äh, immer wieder hin und weg davon. Die sind sowieso safe, ich hab hier keine. Schenke. NPC Naberal, danke schön für den 39. Resub. Und sei herzlich willkommen. Und gute Nacht, Lampi. Ich bin dumm. Verdammt, bin ich dumm. Schaff dir bloß keinen mehr Roboter an. Die Dinger machen Igel und Kinder kaputt. Das mit den Kindern ist natürlich schade, aber einen eigenen Igel zu haben wäre schon cool. Fünf Gold? Du gibst mir fünf Gold dafür, dass du mein Leben zerstört hast? Ein Gold Igel. Dafür, dass du mein Leben zerstört hast? Heilhilfe. Yay, Mont hat meinen Twitch-Account g-hackt und schreibt, was überrascht mir. Tch. DJ Gummiku, bei dem es sich vermutlich nicht um den echten DJ Gummiku handelt. Äh, dankeschön für die liebe Donation. was überrascht ist. Tch. 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 Wenn ich jetzt mal ganz wild drauf losraten müsste. Hochma! Da wollte ich nicht hin. What the fuck? Okay, die Kamera ist hier ein bisschen unangenehm. Gab es nicht diesen einen absonderlichen Weg, den man nehmen konnte, wenn man nicht mehr ganz so viel zu verlieren hatte? Äh. Könnte der nicht gerade angenehmer sein? Nein. Den meinte ich auch nicht ganz, aber lassen wir das. Ich will nur da runter. Och Gott. Ja. So, das war der Plan. Quasi. Aber lassen wir das. Okay. Das ist der Raum mit der Fake-Lover, ja. Wir stehen sogar praktisch direkt daneben. Äh. Warte. Ich sehe, die Dinge des Eisberg-Videos werden wiedererkannt. Äh. Nicht Fake-Lara, Mensch. Fake-Lava. Ist doch logisch. Es ist nämlich, äh, zugegeben entschieden, zu gemütlich hier. Da man drüber nachdenkt, was das alles darstellen soll. Wie macht sie das nur? Lol. Warte mal. Das ist ja natürlich auch eigentlich kein... Kein Bug oder so. Hm. Egal. Lasst uns da rüber springen und dann rüber. Der Kautschuk. Ist das eine Lösung? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja, ja, genau. So ein Teil mit Deathplane bedeutet, ich bin sofort tot. Je nach Level spielt das dann eine unterschiedliche Todesanimation ab. Also in der Madu-Schlucht ist es dann halt dieses Ertrinken und überall sonst ist es eigentlich Brennen. Auch hier bei der Lava. Aber bei manchen Feldern haben sie das halt vergessen. Oh nein. Oh nein. Danke. Danke. Marco, für den neuen PC musst du einfach ein AMD-Sponsoring abstauben. Ja, einfach mal machen. Das ist easy. Guck, das war ja gerade trippy. Ja, das ist am Rand hier schon ein wenig. Also ich weiß nicht, ob man sieht, was ich meine. Ganz rechts praktisch, was die Leiter tut. Es wirkt etwas broken. Weiß ich nicht, ob das einfach nur bei diesem krassen Winkel ein ungewünschter Nebeneffekt ist. Aber so kenne ich das eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, es gäbe irgendeine bessere Lösung, um auch bei so einem Winkel das Ergebnis nicht ganz so kaputt zu haben. Wenn du im Winkel von über 85 Grad auf sowas drauf guckst, ist das alles kaputt. Nehm. Ich stelle mir vor, wie Marco da mit so einem High-End-Monster-TA spielt. Als wenn du ein Porsche geschenkt bekommst und dann nur in die Straße fährst und ein Brötchen holen. Ähm, ist ja nicht nur das gespielte Spiel. Es ist ja auch die Software drumherum. Dinge wie After Effects und so. Wenn ich vor habe, weitere Videos zu machen. Werden Dinge ihren Zweck erfüllen, aber ich weiß, was du meinst. Ich werde auch Tomb Raider damit spielen und es wird sich weird anfühlen. Wenn mal ganz kurz, äh... Ich lasse euch die mal gucken. Du scheiß Noob! Das war enorm gutes Timing. Ich muss ein GG da lassen. Wenn ich mir einen Dolch-Such reinramme, bekomme ich dann auch einen PC-Geschäft. Ich glaube, Marco Bartoli hat das alles nicht getan, um einen krassen neuen Gaming-PC zu bekommen. Nee, ich habe mir was zu trinken geholt. Äh... So, das Gegenteil praktisch. Ach, ihr seid ja Flammenwerken. Natürlich. Oh Gott. Antipiss. Du meintest, da läuft unten, da rennt unten ein Gegner rum. Äh... Ich habe da keinen gesehen, nein. Oh, er. Nee, er kann fliegen. Eigentlich. Und er will sich eigentlich auf die Platte, äh... fallen lassen, auf der Lara steht. Und er hat das ein bisschen verkackt, möglicherweise. Äh, fliegende Gegner sind keine Flammenwerfer. Genau wie Gegner unter Wasser, das macht keinen Sinn in beiden Fällen. So. Nicht, dass jetzt storymäßig alles andere Sinn machen würde. Aber die Gegner würden halt nicht funktionieren. Ich will doch nur da rein. Das neue Internet wird geliefert. Oh, wie tief fällt denn das alles, du? Ach, hier ist der Boden. Okay. Okay. Endlich wieder viereckige Augen, jawohl. Ah, wir haben hier natürlich wieder diesen lustigen Effekt, wenn ich da mal ganz nah rangehe. Äh... Wo Teile des Streamers sich auflösen. Ah, wobei... Es ist deutlich besser, jetzt wo ich von vorne beleuchtet bin. Ich verschwinde gar nicht mehr nahezu komplett. Ich meine, es hat andere Nachteile, aber das ist ein Vorteil. Ja. Ich wollte es gerade sagen, bei uns, also GLS stellt bei uns auch einfach nicht zu. Also, auch nach dem Umzug. Die sagen dann immer, ja, war nicht anzutreffen, obwohl man den ganzen Tag da ist und auf sie wartet. Ach. Aber das würde ich auch machen, wenn ich bei mir zustellen würde. Ich meine, ich will ja nicht auf mich selbst treffen. Das erzeugt ein Paradox oder so. Unterschrieben von Briefkasten ist einer meiner Lieblingstexte. Du musst mir was beichten wollen. Das könnte sein. Uh, das wird ein bisschen Text. Äh, das... Das wird ein bisschen Text. Das wird ein bisschen technisch. Also, man kann in 1080p streamen. Aber bei der maximalen Bitrate, die Twitch erlaubt, das sind 6000 Kbps, also 6 MBps, ähm... ...wirkt das visuelle Ergebnis, also sagen wir einfach mal die gefühlte Qualität, die bei dir ankommt, ...schlechter sein, wenn ich in 1080p streame, als wenn ich in 864 war es, glaube ich, äh, streame. 864 ist so eine eigenartig spezifische Zahl, weil es liegt zwischen 720p, 1080p und es ist, äh, durch 8 halber, was... ...aufgrund der technischen Funktionsweise dieses Codex, Encoders, besser gesagt, ähm... ...sinnig und schön ist. Das visuelle Ergebnis dramatischer Zoom auf die Bubis. Doch, Mann! Ich weiß, dass ich mit 6,5 wegkomme, Gumi. Das Bild läuft auf 6 und der Sound muss da aber auch noch durch. Ah, shit. Nein, der läuft nicht mit 500, aber... Ich muss es ja auch nicht auf die Spitze treiben. Na, der Sound ist nicht wichtig, meinst du? Hast schon recht, eigentlich. Hört auch eh keiner zu, was dieser komische... ...dieser seltsame Typ da sagt. Was hast du gesagt? Ich weiß es nicht. Ach, nein. Probe! Was ist das? YouTube 2005? Äh... ... Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so eine komische Auflösung, weil die Qualität, die dann bei dir ankommt, auf dieser Plattform besser sein wird. Zumindest bei 60 FPS. Ich glaube mit 30 käme man mit einer höheren Auflösung hin. So, warte. H265 könnte ich nicht in Echtzeit enkodieren, dafür bräuchte ich einen neuen PC. Oh, stimmt, da war ja was. Ich bin ganz froh, dass wir Kodak-mäßig, Encoder-mäßig gefühlt seit 10 Jahren auf der Stelle stehen. Nur so konnte ich überhaupt mitkommen. Das wird einfach, sagte ich mal. Also tatsächlich wäre das sehr einfach geworden, wenn ich noch Granaten hätte. Es kann sogar sein, dass ich einen früheren Spielstand lade. Weil ich glaube, dass jetzt die Pelle so ist. Ja, schon. Wir laden im früheren Spielstand, wo ich noch Granaten hatte. Wie sie die Strahlen kreuzen. Stimmt. Das ist etwas, das ist ganz... Nein, ich wollte nichts Capturen. Das ist etwas, das sollte man nicht tun. So, laden. Das ist wohl der neueste, den ich habe dann. Ach, verdammt. Das ist gut. Danke. Kann man eigentlich auch vorspulen. Ja, du musst einfach nur unten den Wiedergabebalken nach rechts ziehen und dann siehst du, was ich in 5 Minuten streamen werde. Ne, also es gibt beim Deathmode auch eine Vorspulfunktion, wie du siehst. Ist eigentlich erstaunlich nützlich, wenn man jetzt nicht gerade vor hat, einen Speedrun zu machen. Man kann halt vorspulen, man kann Zeitlupe machen. Und wenn man ziemlich viele von diesen Dingen kombiniert, kann man relativ coole Sachen machen. Dann brauche ich F7, F8 und R. Und wenn ich jetzt nicht in der modernen Steuerung wäre, könnten wir von vorne gucken, wie Lara jumpt und das ist ganz cool. In der modernen Steuerung kann ich irgendwie nicht ändern, wo ich hingucke, was schade ist. Und wenn ich nicht in der anderen Steuerung habe, kann ich nicht ändern, was schade ist. Wir haben drei granaten und anders als eben werde ich diese drei granaten jetzt mal behalten. Oh, das habe ich aber früh gesagt. Das war knapp. Ja das war ein fliegender Gegner, also normalerweise. Deshalb ist er nicht durch einen Flammenwerfer ausgetauscht. Hat man den Raum da unten im Original schon gesehen? Nee. Ist mal wieder diese überlappende Räume Sache. Du hast nun ein Taschen-Secret. Was für ein Taschen-Secret denn? Es wird einfach. Richtig easy grad. Okay, was mache ich? Das nicht. Was ist, wenn ich auf keinen von beiden schieße? Ah, das weiß ich schon. Ich komme auch nicht schnell genug weg. Wie lang geht's, Levan? Noch etwa 15 Minuten. Also durchreien ist leider keine Option. Oh mein Gott. Wir haben bei der alten Steuerung, bei der alten Mod deutlich länger daran gesessen. Ich sag, oh mein Gott und in der Mezzumix so, du hast gerufen, sei herzlich willkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich grüße dich mein Sohn, wo ist deine Robe? Die hast du weggeworfen, als du an den Flachmann des Herrn wolltest? Ach die, ach die meinst du. Oh Gott. Ich hatte sie schon gänzlich vergessen. Ähm. Der Flachmann des Herrn. Ähm. Das hier ist, äh, das hier ist nicht der Tomb Raiderische Gottesdienst. Mein Sohn. LOL. Äh, wisst ihr, wir wollten ja, wir wollten ja gucken, ob man das theoretisch ohne Laufen lösen könnte, das Level. Wie gefällt dir die neue Steuerung? Ich liebe die neue Steuerung. Ist leider beim Unzug verloren gegangen. Nein. Ist sie nicht. Wo springen wir hin, mein Junge? Äh. Ist gut, dass du fragst, da ist ja gar nichts, bin ich bescheuert. Wir wollen ja eigentlich in den Tempel hinein. Oh. Oh, oh. Wie wird das überdrehen? Was? 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 Also, es gibt ja diesen Moment, wo man weiß, die Situation ist aussichtslos, aber sich denkt, ey, ich probier jetzt mal folgendes. Aber es ist ungewöhnlich, dass man danach noch lebt. Das ist ein Skip, den würde ich niemals mit Absicht machen, aber wir haben gerade praktisch versehentlich eine ganze Menge hier uns gespart. Ah, weht hier. Erdkunde ist doof. Einen wunderschönen guten Tag wird sich hier. Aber ich muss deinem Namen stark widersprechen. Abgesehen davon, schönen Tag. Ähm... Mastelicious! Dankeschön für den Clip. Ich muss mir das nochmal ansehen. Es ist insane. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh! Ich bin... Ich bin... Das ist schade. Das ist schade. Das ist schade. Das ist ein völlig albernes und wildes Konzept. Niemals würde jemandem das passieren. Du, 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 du. Ähm... Äh, ich hatte mir... Was? Das habe ich schon 100 Mal erzählt. Also, die Geschichte ist jetzt auch nicht so mega spannend. Das ist jetzt kein... Sondern einfach... Ja, ich bin halt einmal sitzen geblieben. Da ist nichts dabei. Und es war wegen Mathe und Musik. Nein, es ist... Doch, es war schon scheiße. Intermezzo-Tisch. Intermezzo-Tisch klingt aber nach irgendeinem coolen Gericht oder so. Das ist nicht gut hier. Ich sollte gar nicht in die Mitte dieses Käfigs gelangen, glaube ich. Was sollen sie denn sonst? schreiben, Party-Touren. Naja, Bloody Queen, aber das ist nicht so doof, wie es klingt. Also nicht, dass es doof klingt, aber es klingt schon doof. Aber es gibt ja Sprachen, die einem schwer fallen. Und Sprachen, die einem noch schwerer fallen. Schade, dass ich nur ein halbes Jahr in der Schule war. Also, ich bin, mir ist das eigentlich immer relativ egal und ich will nicht judgen, aber du meinst jetzt nicht insgesamt, oder? Nee, nee, okay. Ich war gerade ein bisschen verwundert über die Aussage. Alles, was ich kann, habe ich in der ersten Hälfte der 1b gelernt. Ich war auch 1b. Wer war denn 1a? Das wird bescheuert. Ich bin jetzt wieder 1a. Ja, aber was du definitiv nicht bist, ist bescheiden. Welches tun wir als das denn? Das zweite. Von links. Also der zweite Teil. Das Remaster vom zweiten Teil. Mit einer Mod, die alle Gegner durch Flammenwerfer-Schergen ersetzt. Flammenwerfer-Schergen Okay, er spawnt und man ist halt direkt tot. Warte mal. Aber eine Granate. Wo? Gegner. Ach, da oben. Habe ich den Hebel nicht umgelegt. Oh. Was? Egal, er ist besiegt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Natürlich hat er mich getroffen. Natürlich hat er mich schon wieder getroffen. Was soll denn das? Danke. Auf die letzten Meter wird das halt nochmal richtig schwierig denn wir sind fast durch mit Kannst du das Geräusch nochmal machen Klang wie ein Seeungeheuer Nein Jetzt ganz bestimmt nicht Wenn ich denke dass ich mich für irgendwas bestrafen muss Ja, einer davon ist Statur Komisch Ähm Gibt diesen Satz auch in Deutsch? Einer davon ist Statur Komisch Nein, nicht Under-Geld Tumrauda User-Unser-World Tumrauda-Unser-World 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 Ähm Tumrauda-Unser-World Tumrauda-Unser-World Ich mag es aber, wie jeder die Aufgabe anders gewusst hat Ihr kriegt alle ein Sternchen für Kreativität Was? Ja, wies ja wie es ist Drei Sterne Ähm Tumka-, rüdiger .. Tiefflieger Was?... Ich glaube du wärst ein guter Lehrer geworden Danke. Bei Marco wäre der Unterricht nicht zum Einschlafen gewesen. Hat man in dem Run also super wenig Pickups? Ne, aber ich habe super viel verschossen. Es hätte einige Stellen gegeben, wo man mit etwas mehr Geduld hätte Munition sparen können, die man dann später gehabt hätte. Hallo, hallo. Ist dieses Gerät an? Hören Sie mich noch? Äh, wenn Marco nicht die Remastered patcht, unterrichtet er arme Kinder im Programmieren. So wholesome this dude. In der neuen Steuerung geht das. Und ich glaube, am PC geht es natürlich auch in der alten, aber... zum Glück hatte ich noch geheilt. Ähm... Der Typ ist ein echtes Problem. Die Frage ist, haben wir eine echte Lösung? Äh... Ja, wir haben Granatwürfe. Bei Epic gibt es gerade Thief Remastered kostenlos. It's... It's a steal. Ähm... Och, Mann. Ich spiele gerade zum ersten Mal in meinem Leben... In meinem Thief-Leben. Krass. Warte mal. Mo... Moment. Thief Remastered? Was? Es gibt ein Thief Remastered. Ist das das erste Thief von 19 irgendwas? Oder ist das, äh... Thief... Der dritte Teil. Warum sollte es der dritte Teil sein? Von 1900, ja. Um den Dreh. Ach, es geht um das 2014er Thief. Und das hatten wir im Master bekommen. Ach so. Die Thiefteile waren alle cool, finde ich. Ey, ich guck. Wie auch immer, ich spiele das gerade und das ist fein. Thief Remastered Gameplay. Äh... Nicht Master Difficulty. Warum ist die Suchfunktion von YouTube eigentlich so scheiße geworden? Tch. Okay. Gummi könnte also jeden möglichen Thief-Teil spielen. Das da meinst du. Okay. Ich schaue jetzt. Es interessiert mich gerade zu sehr, welchen Teil er meint. Die Seite löht nicht. Endlich! Ah, es ist Thief von 2014. Ja, ein gutes Spiel. Ich hab ein Let's Play dazu gemacht mit irgendwie 40 Folgen und in Folge 38 ist mir aufgefallen, dass es ein Skill-System hat, das Spiel. Und die Sache mit dem Tresor war natürlich in dem Spiel. Also stell dir vor, du hast irgendwie so ein dreistelliges Schloss und du willst das unbedingt öffnen, du hast aber echt keinen Bock, die Kombination dafür jetzt rauszulegen. Und dann gehst du halt alle Möglichkeiten durch. Das war 850 oder so. Ähm... Das war ein Witz. Nee, nee, das ist wirklich passiert. Aha. Hab ein Highlight-Video davon. Aha. Ich hab nicht bei 001 angefangen, weil ich davon ausging, dass die Kombination nicht mit 0 beginnt. Ich hab irgendwie bei 100 angefangen. Immerhin. Na ja, das macht's 100 Mal besser. Nein, ich glaub, so funktioniert das nicht. Das war gekonnt. Gekonnt ist eben gekonnt. Ähm... Ja, im Grunde genommen, also muss man ja beim Raten von so einem Zahlenschloss nicht wirklich alles. Es ist nicht komplett random. Also es wird auch keine Zahl sein, die dreimal dieselbe Ziffer ist. Ähm... Es ist einfach unwahrscheinlich, dass das die Lösung ist. Dass die Lösung zum Beispiel 555 ist. Da fallen ja dann auch wieder 10 Möglichkeiten raus. Meistens hast du auch nicht dieselbe Ziffer direkt hintereinander. Ich glaub, man könnte sowas erstaunlich gut, äh... eingrenzen. Aber nö, ich hab alles nicht probiert. mein Zahlenschloss ist 0-0-0, weil laut Marco niemand mit 0 anfängt oder dreimal dieselbe hat. Naja, aber ist das denn was, was du versuchen würdest? Moment! Wir sprechen hier aber nicht mehr über ein Videospiel. Wir sprechen hier aber über das echte Leben. Wo Menschen bestimmt so etwas wählen, weil sie es sich einfach merken können. Ich meine 12345 ist doch auch das erste Passwort, das man probieren würde. Wir kennen die News. Wenn man ein Schloss kauft, ist es automatisch 0-0-0. Ja, Tierney, wenn du ein ganzes Schloss kaufst, ist dein Kontostand 0-0-0. Mindestens. Ähm, das ist nichts Neues. So, Marco Bartoli. Marco Bartoli Bartoli. Kommen Sie her. Jetzt kommt folgerichtig der Oberflammen da. Richtig. Ja, Masteliches. Auf das nimmst du dann eine Hypothek auf und leist dir das Geld, das das Schloss gekauft hat. Äh, gekostet hat. Und davon kaufst du dann noch ein Schloss. Das klingt sehr vernünftig. Ähm. Weg hier. Tschüss. Das zweite Schloss vermietest du dann. Im ersten wohnst du zwar selbst, aber du zahlst einfach auch Miete. Dann ist das ja schön. bis gleich. Ich lasse euch die Katzen mal gucken. Ich lasse euch die Katzen vergiss nicht den größten Kniff wo du dir selbst wegen Eigenbedarf die Wohnung kündigst. Ähm. Und das dann aber anfechtest und vor Gericht bringst. Wir haben jetzt übrigens ein witziges Dilemma. Ich bin schon so ein bisschen in einer Stimmung in der will ich eigentlich so tun als hätte ich den Stream versehentlich ausgeschaltet. Denn hier werden doch bestimmt Warte da hat gerade einer geschossen. Ihr seid gar keine Flammenwerfer du was? Das ist ja lame. Aber geil für mich jetzt. Aber lame. Scam. Das finde ich da ein bisschen schade an der Mod. Vielleicht kommt ja nochmal ein Patch. Entschuldigung diesen Satz kann ich nicht mehr ganz ernst nehmen. Seit der letzten Sache. Alles was ich für den Patch angekündigt habe im Patch war. Patsch mal. Kabel. Wenn dein Vertrag noch ewig läuft und du in dein eigenes Haus ziehst, wo kein Kabel liegt, kannst du dir das Eigentum verweigern. Dadurch können sie dir einen Kabelanschluss nicht legen, ihre Leistung nicht erbringen und du hast Sonderkündigungsrecht. Das ist wunderschön. Äh, Bast Joe, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Wir beenden gerade so eine Mod, die gemacht hat, dass alle Gegner bis auf die des letzten Levels, zu dem du jetzt gerade eingeschaltet hast leider, durch Flammenwerfertypen ersetzt werden. was sehr spannend war. Du hast das alles verpasst, es tut mir so leid. Ähm, aber trotzdem sei herzlich willkommen. Du werfst Flammen, so ist es. Bin gerade am überlegen, was man dann auch noch machen könnte. Also erstmal würde ich die Mod entfernen, bevor wir dann ein bisschen verwirrt werden. Vielleicht würde ich einen Tomb Raider 1 No Loads No Mad So Secrets versuchen. Äh, ohne Secrets. Die Secrets waren nie Teil dieser Vereinbarung. Wollen, ich würde sehr gerne den Bären mit einem Flammenwerfer sehen. Oder jede Fledermaus speit Bären. Äh, Flammenwerfer. Wo ist der letzte Gegner? Hallo Ink Addict. Ja, die Bären speienden Fledermäuse sind schon eine coole Vorstellung. Der, der auf dem Balkon spawnt, hat sich doch eigentlich schon reingeschossen. Aber ich, ich glaube, ich werde gleich mal nachschauen oben. Denn hier unten, wo sie normalerweise alles spawnen, ist keiner. Weißt du, was deutlich einfach geht? Deutlich einfacher geht? Da, da, da ist der gewesen. Nein. Egal. Ich laufe einfach die Route, die ich kenne. Also, das war jetzt hart unnötig grad. Ich laufe einfach die Route, die ich kenne. Da werden wir allen Gegnern möglichst effizient sogar begegnen. Jetzt, da wir wissen, dass wir keine Flammenwerfertypen sind im letzten Level wissen wir auch, dass das keine Probleme bereitet. Ja, das Level ist nicht lang. Nochmal ab Mauer. Nein! Das ist alles, was ich wollte. So, forcieren wir doch mal, dass sie hier spawnt. Yay, die Sirene wieder. Toll, toll, super toll. Toll. Habt ihr die Sonne genossen? Warum klingt das? Als würdest du uns fragen, ob wir die Sonne haben. Äh, ja. Ja. l v v v Das war's für heute. Und jetzt sollten wir den Endgegner haben. Danke. Da bist du ja. Da bist du ja wieder. Ich fühle mich, als hätte ich zwei Wochen unter Stein gerieben. So war es halt. Nur die Kraft deiner magischen Rüstung konnte dich. Und das war Pokémon Go. Äh, das war Tomb Raider 2. Alle Gegner waren Flammenwerfer. Bist du noch da? Scheiß Noob. Alter, dieses Timing. 3, 33, 19. Ah, hätte ich noch zwölf Sekunden mehr gebraucht. 14. Äh. Ja, ne? Dü, dü, dü. 3, 3, 3, 3, 3 wäre perfekt. Die Arbeiten. 15. 16.